Fitness mit Marc Folge 336 Herzlich Willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Er hat beim Kniebeugen im Fitnessstudio mal einen Spiegel zerstört. Marc Maslow Moin Moin, hier ist Marc Maslow, dein Dranbleiben-Fitnesscoach von Marathonfitness.de Hast du schon mal was von Systembiologie gehört? Das ist eine Wissenschaft, die darauf abzielt, dass du deine Gesundheit und Fitness steuern kannst, anhand von Messwerten. Um dich besser zu schützen vor Krankheiten, aber auch um deine Fitnessziele viel leichter zu erreichen, als das bisher möglich ist. Egal ob es um Ernährung geht, ob es um Training geht und auch unabhängig davon, was dein Ziel ist. Ob du eine athletische Figur haben möchtest, ob du ein Sixpack haben möchtest oder was auch immer nackt gut aussehen für dich bedeutet. All das wird in Zukunft viel, viel leichter möglich sein und ist es vielleicht zum Teil schon heute, als du dachtest. Und genau da kommt die Systembiologie ins Spiel. Und ich habe einen absoluten Experten, einen Wissenschaftsautoren zu diesem Thema hier heute an Bord. Er ist einer der führenden Wissenschaftsautoren in Deutschland, hat Biologie, Anthropologie, Psychologie studiert, hat promoviert in Neurobiologie und schreibt seit Anfang der 90er Jahre unter anderem für die Zeit, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Geo, das Bild der Wissenschaft oder die Süddeutsche und die Riff Reporter. Er hat verschiedene Sachbücher zu den Themen Schlafforschung, Chronobiologie, also die innere Uhr und Epigenetik veröffentlicht. Und das Thema Epigenetik bei uns in Deutschland überhaupt erst bekannt gemacht mit seinen beiden Spiegelbestsellern, der zweite Code und Gesundheit ist kein Zufall. Er beschäftigt sich eben außerdem mit der Systembiologie, hat in dem Bereich auch promoviert. Und die Systembiologie, die betrachtet den Körper als Ganzes. Von der Psyche über Umwelteinflüsse, Stoffwechselvorgänge bis hin zu deinem Verhalten. Und genau darum geht es in seinem neuen Buch mit dem Titel Die Vermessung des Lebens. Und das schauen wir uns heute mal ganz genau an. Wie kann die Systembiologie dir dabei helfen, deine Fitnessziele sehr, sehr viel leichter und mit viel mehr Freiheit, als du das bisher vielleicht dachtest, zu erreichen? Dazu ist mein Gast heute hier, Dr. Peter Spork. Viel Spaß mit dieser Folge. Sponsor dieser Folge ist Athletic Greens. Es gibt unzählige Sportnahrungsergänzungsmittel und die meisten davon kannst du dir sparen. Ganz generell empfehle ich nur sehr wenige solcher Supplemente. Eins davon verwende ich seit über sieben Jahren, jeden einzelnen Tag und das ist Athletic Greens. Das enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und andere gesunde Substanzen, wie zum Beispiel Präbiotika und Adaptogene, die aus einer Vielzahl natürlicher Bio-Gemüse- und Obstsorten kommen. Athletic Greens ist ein Naturprodukt und das unterscheidet es von synthetischen Präparaten. Das enthält nämlich auch die vielen Sekundärstoffe, die eben nur in echtem Gemüse und Obst enthalten sind. Die Gesamtkomposition bekommt so, und ich habe mir hier so einige Hersteller angeguckt, die bekommt so kein anderer Hersteller hin. Vor allem nicht in dieser Qualität und etwas, was mir persönlich ganz wichtig ist, ist, dass es auch frei von Schadstoffen ist. Und hier hat Athletic Greens ein spezielles Zertifikat, das NSF-Zertifikat, das relativ harte Richtlinien vorgibt. Und ich habe es auch in den letzten Jahren privat nochmal im Labor untersuchen lassen und auch da festgestellt, dass die Qualität top ist. Für mich ist Athletic Greens sowas wie eine Alles-in-ein-Gesundheitsversicherung. Ich nehme täglich meist ein bis zwei Portionen davon, einfach um sicherzugehen, dass ich mit allem optimal versorgt bin. Ich nehme das für das Immunsystem, für eine gesunde Darmflora, für den Energiehaushalt und für die Regeneration. Und natürlich, wenn du hier schon länger zuhörst, weißt du, das liegt mein Fokus auf nährstoffreichen Mahlzeiten aus frischen Lebensmitteln. Und das sollte immer die Basis sein. Athletic Greens ist also eine Ergänzung zu dieser Basis. Vor allem an Tagen, an denen ich vielleicht nicht allzu viel frisches Obst und Gemüse mal unterbekomme. Und praktisch finde ich es auch auf Reisen oder an stressigen Arbeitstagen. Für Fitness mit Marc Hörer, ja und damit sind du und alle anderen, die hier zuhören, gemeint, hat Athletic Greens ein spezielles Angebot parat. Als Neukunde bekommst du nämlich zu deiner ersten Lieferung kostenlos fünf Travel Packs für unterwegs, einen Jahresvorrat an Vitamin D plus K2 und dazu noch ein Willkommenspaket mit einer schicken Keramikdose und einem Shaker. Geh dazu einfach auf fmmag.de und sicher dir das ultimative Athletic Greens Starter Kit für Fitness mit Marc Hörer. Die Adresse ist fmm wie Fitness mit Marc, ag wie Athletic Greens.de. Ja, heute zu Gast bei Fitness und Marc, Dr. Peter Spork. Moin Moin Peter. Ja, hallo Marc. Wie war denn dein letztes Training? Ja, mein letztes Training war tatsächlich heute Morgen bei herrlichstem Wetter, 14 Kilometer laufen. Aber ich versuche im Moment eigentlich jeden Tag rauszugehen und deshalb bin ich mit meinen Einheiten nicht so intensiv in der Regel. Damit, wegen Corona einfach. 14 Kilometer sind ja schon eine ganz schöne Strecke. Wie trackst du denn eigentlich deine Trainingseinheiten? Ja, ich habe einen Fitness-Tracker, eine Fitnessuhr und die misst per GPS natürlich. Ich kann laufen, wann und wohin ich will und brauche mich immer überhaupt keine Gedanken darüber zu machen, welche Strecke ich wähle. Das ist für mich eine ganz große Freiheit. Die Uhr sagt einfach, wie schnell ich bin, wie viel ich gelaufen bin, ob ich gut drauf war oder schlecht drauf war. Sie misst natürlich die Herzfrequenz, sie misst auch die Steigung, also die Wattzahl, was für mich eigentlich auch ganz spannend ist heute. Und weil ich auch das, mehr Freiheit, früher habe ich immer gedacht, ich muss möglichst schnell laufen, um gut zu sein hinterher. Jetzt, wo ich die Wattzahl messe, sehe ich auch, wenn ich eine Steigung hochlaufe, dass es Sinn macht, langsamer zu laufen zum Beispiel. Also ja, das ist für mich ein ganz wichtiges Werkzeug tatsächlich. Ich sehe deinen Tracker ja auch an deinem Handgelenk. Was ist denn das für einer? Das ist eine Polar Vantage V, glaube ich, heißt das Ding, ja. Und zufrieden? Ja, sehr zufrieden, absolut. Großartig. Misst die Herzfrequenz am Handgelenk? Ja, also mir geht es auch eigentlich nicht so sehr immer um die absoluten Werte bei all diesen Sachen. Ich bin ja kein Leistungssportler, der irgendwie irgendwann mal gewisse Normen erfüllen will, sondern ich will einfach nur mich gut drauf sein, mich wohlfühlen, meine Leistungen verbessern und meine Fitness einfach verbessern. Und damit ich einfach ein schöneres Leben habe. Und da zählen ja im Grunde keine absoluten Werte, sondern es zählt einfach die Vergleichbarkeit der Werte. Also ich gucke einfach regelmäßig auf die Läufe, auf die Ergebnisse oder auch andere Trainings, die ich mache und die Belastungen und sehe dann die Veränderung. Und dann sehe ich ja, ob was besser oder schlechter wird. Die absolute Herzfrequenz ist für mich relativ uninteressant. Es geht nur darum, verbessere ich mich oder verschlechter ich mich. Du warst ja schon mal hier zu Gast. Ich meine, Mensch, die Zeit rennt. Ich meine, das war vor vier Jahren. Was hat sich denn bei dir in deiner Trainingsroutine seitdem geändert? Oder hat sich was geändert? Ja, also so viel gar nicht. Aber tatsächlich dadurch, dass ich jetzt einen besseren Fitness-Tracker habe und so etwas messe wie den Running Index zum Beispiel, hat sich da tatsächlich auch nochmal mein Freiheitsgrad verändert. Also der Running Index wird halt berechnet aus, nicht nur daraus, wie schnell ich bin, sondern wie eben mein Aufwand war. Und ich kann einen langsamen Lauf machen mit einer sehr niedrigen Herzfrequenz und habe dann einen sehr guten Running Index und kann einen sehr schnellen Lauf gemacht haben, aber so eine miese Herzfrequenz dabei haben und auch andere Werte dabei haben, dass der Running Index deutlich schlechter war. Und das heißt für mich, also ich trainiere nicht nur auf Tempo, sondern ich trainiere einfach darauf, dass der Körper in einem optimalen Niveau ist. Und ich sehe hinterher auch, okay, du hast dich vielleicht schlecht gefühlt, du bist deshalb langsamer gelaufen, aber deine Kondition ist offensichtlich nach wie vor sehr, sehr gut. Du hast einen guten Index. Wie bist du denn eigentlich zum Sport gekommen? Wann hast du angefangen, Sport zu treiben? Naja, bevor ich denken konnte fürchte ich. Meine Eltern waren sehr sportlich, vor allem meine Mutter, die war Hockeyspielerin, hat auch in einer Nationalmannschaft gespielt und hat Kinder trainiert und hat mich einfach mit auf den Trainingsplatz genommen. Und insofern habe ich tatsächlich schon Hockey gespielt, bevor ich richtig stehen konnte, weil ich irgendwie dann dabei war. Und dann habe ich tatsächlich sehr, sehr viel Hockey, also Feldhockey gespielt, auch auf hohem Leistungsniveau. Und dann irgendwann, als das mit dem Hockeyspielen nicht mehr so gut ging, ich mache es immer noch auf Freizeitniveau in einer Seniorenmannschaft, aber als das eben nicht mehr auf Leistungsniveau ging, bin ich dann aufs Laufen gekommen, bin ein paar Marathons gelaufen und das ist aber jetzt auch schon wieder eine Weile her. Und jetzt laufe ich einfach just for fun. Warum läufst du denn? Also was bedeutet just for fun? Welchen Zweck erfüllt Sport in deinem Leben? Also Laufen ist vor allem einfach gut drauf sein. Also ich habe einen Schreibtischjob, ich schreibe Bücher, ich bin eigentlich den ganzen Tag, sitze ich nur an meinem Schreibtisch hinter meinem Computer. Wenn ich auf Vortragsreisen bin, sitze ich die ganze Zeit in irgendwelchen Zügen rum und ich muss mich bewegen. Ich habe einen wahnsinnigen Bewegungstrang von klein auf, den habe ich vielleicht auch antrainiert bekommen, aber der ist da und den kann ich nur befriedigen, indem ich laufen gehe jetzt oder eben irgendwas oder mit meiner Frau Tennis spiele oder eben mein Freizeithockey mache. Aber ich muss mich eigentlich mindestens einmal am Tag besser zweimal verausgaben und bewegen heißt für mich auch nicht nur spazieren gehen, sondern das sollte schon ein bisschen mehr sein. Sonst bin ich einfach mies drauf. Und ich werde, Entschuldigung, aber und ich werde dick. Also das auch einfach. Also wenn man nur sitzt und dann wird man einfach dick, wenn man sich nicht bewegt. Ja, das ist für mich definitiv. Also all das, was du sagst, da rennst du bei mir auf eine Tür ein, das sind auch Motive für mich. Ich habe vor einiger Zeit, ich glaube vom Jahr oder so das Buch gelesen von dem Haruki Murakami, wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede, glaube ich. Das habe ich auch mal gelesen. Ja, das ist ganz toll. Der beschreibt ja genau das Gleiche. Also spannend. Ja, das ist für viele Läufer so ein Hauptmotiv. Es ist auch das noch vielleicht auch gerade auf den Reisen, auf den Vortragsreisen in anderen Orten morgens. Ich arbeite dann oft abends, halte Vorträge und am nächsten Morgen habe ich Zeit. Und das ist was ganz Tolles vor dem Frühstück, am nächsten Morgen. Ich bin kein Frühaufsteher, aber ich habe dann ja Zeit, um mir die neuen, die anderen Städte laufend zu erobern und dadurch eben auch dieses Bewegungsdefizit auszugleichen. Das ist was ganz, ganz Tolles. Du hast ein neues Buch rausgebracht. Und was für eins. Es geht um Feedback-Systeme. Feedback-Systeme, so nenne ich das in meinen Artikeln immer ganz gerne oder in den Podcasts, halte ich das für sehr wichtig, dass wenn man was verändern möchte an seinem Körper, ob es jetzt um Abnehmen geht, um bestimmte Trainingsziele, dass man sich halt überlegt, woran würde ich denn eigentlich merken, dass ich Fortschritte mache. Und das wären dann halt Feedback-Systeme. Bei dir geht es auch um Feedback-Systeme. Der Titel heißt Die Vermessung des Lebens. Und du schreibst darüber, wie man Messwerte nutzen kann, um ein gesünderer, fitterer, lebendigerer, vielleicht sogar ein jüngerer Mensch zu werden. Die Vermessung des Lebens. Und ich würde ganz gern bei dem Titel mal anfangen. Was ist denn eigentlich Leben? Es gibt keine schlüssige Definition für den Begriff Leben, interessanterweise. Die Biologen sind nicht in der Lage, es gibt Versuche, Leben ist etwas, was sich fortpflanzen kann und komplex ist und der Evolution unterliegt. Aber das sind alles eher Beschreibungen, aber keine Definitionen. Und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass die Biologie noch gar nicht wirklich weiß, was sie erforscht. Also sie hat noch keine Vorstellung davon, womit sie sich beschäftigt, wenn sie das Leben beobachtet. Und das liegt daran, dass das Leben noch nicht in dem Sinne vermessen ist, jetzt kommen wir auch zu dem Titel meines Buches, Die Vermessung des Lebens, ist noch nicht so vermessen wie zum Beispiel physikalische Gegenstände. Also es kennen ja viele dieses Buch, die Vermessung der Erde, der Bestseller damals, an denen ist es ja angelehnt. Und das ist ganz bewusst gemacht, weil es gibt zum Beispiel, als die Physiker, die Astronomen, die ersten Planetenbahnen berechnen konnten, das ist jetzt 300 Jahre her oder so, Leibniz war das, Newton. Und die haben plötzlich Differenzialgleichungen entwickelt, also eine Art von Mathematik entwickelt, wo sie plötzlich aus der Beobachtung der Planetenbahnen, aus der Vermessung der Planetenbahnen darauf schließen konnten, wie sie sich in Zukunft verändern werden. Also sie konnten Prognosen erstellen, was mit dem Planeten in Zukunft passieren wird. Sie konnten plötzlich sagen, vorhersagen, dann und dann wird es vielleicht eine Sonnenfinsternis, eine Mondfinsternis geben, all diese Dinge. Und diese Vermessung, in dem Fall des Planetensystems, die hat ihnen erst erlaubt, dieses System zu definieren. Und genau an dem Punkt ist die Biologie noch gar nicht. Die Biologie kann Leben noch nicht vermessen, sie kann es noch nicht beschreiben und sie kann es noch nicht mathematisch in die Zukunft fortschreiben. Wenn ihr das gelingen wird, wenn diese Vermessung des Lebens perfekt gelingen wird und wir sie das Leben auch berechnen können, dann wird die Biologie auch definieren können, was Leben ist. Das ist spannend. Es ist ja so normal geworden, dass wir wissen, wenn wir in die Wetter-App gucken oder auf den Kalender, dann steht da, dann und dann ist Neumond, Sonnenfinsternis, kann man bis in die nächsten Jahrtausende vorhersagen, wenn das eintreten wird. Für uns ist das völlig normal und es ist auch nichts, was uns irgendwie ungute Gefühle macht, in der Regel. Und früher wurden die Menschen davon überrascht und dachten, das sei halt irgendwie ein göttliches Zeichen oder so. Das ist spannend, auch diese Analogie zu ziehen. Das heißt, und spannend ist vor allen Dingen, und ich habe ja dein Buch gelesen, deswegen habe ich die Frage auch gestellt, dass wir gar keine klare Definition haben, ab wann etwas lebt. Es gibt verschiedene Arten, wie das definiert wird, die du auch in dem Buch beschreibst. Gehen wir vielleicht mal einen Schritt weiter in Richtung Fitness und das wäre dann die Frage nämlich, was ist denn Gesundheit? Gibt es denn da eine Definition? Ja, da gibt es zum einen die Definition der Weltgesundheitsorganisation, die ich ziemlich schlecht finde. Die sagt einfach, Gesundheit ist ein Zustand unendlichen Wohlbefindens, sowohl körperlichen, mentalen als auch sozialen Wohlbefindens. Und es ist eben auch die Abwesenheit von Krankheit. Und all das finde ich völlig daneben, um es so krass auszudrücken. Und ich glaube, all das ist auch Schuld daran, dass in unserem Gesundheitssystem so viel schief läuft und dass auch unser Medizinsystem immer mehr an seine Grenzen stößt. Weil wir immer versuchen, Krankheiten zu bekämpfen, weil Gesundheit ist ja das Gegenteil von Krankheit. Und gleichzeitig auch versuchen, einen Zustand anzustreben, den wir eigentlich kaum erreichen können. Zumindest nicht auf Dauer so. Ein Zustand totaler Glückseligkeit. Und als drittes muss man sagen, dass diese Definition von Gesundheit ja Menschen diskriminiert. Menschen, die eine chronische Krankheit haben. Menschen, die schon mit einer Erbkrankheit auf die Welt gekommen sind. Oder auch alle alten Menschen. All diese Menschen haben Krankheiten. Und die Definition sagt ihnen, du bist nicht gesund. Und deshalb schlage ich, das habe ich ja im Grunde schon in meinem letzten Buch vorgeschlagen, eine andere Definition von Gesundheit. Das ist die Definition, die ein Medizinphilosoph, ein französischer Medizinphilosoph schon vor langer Zeit gesagt hat. Nämlich Georges Canguilhem. Der hat gesagt, Gesundheit ist die Fähigkeit, sich anzupassen. Und das war, wie gesagt, Thema meines alten Buches, Gesundheit ist kein Zufall, zu beschreiben, wie es uns gelingt. Und sozusagen, oder wieso Gesundheit ein Prozess ist. Ein permanenter Prozess, der sogar noch Generationen überschreitet, der bei meinen Großeltern beginnt und bei meinen Enkeln erst endet. Und indem ich mich permanent versuche, an die Herausforderungen aus der Umwelt anzupassen, mit ihnen umzugehen, auf sie zu reagieren. Und indem ich zum Beispiel, weil ich für einen Marathon trainiere, meine Muskulatur verändere, das ist dann Anpassung, das ist Gesundheit. Und dass ich das kann, dass ich noch in der Lage dazu bin, das ist meine Gesundheit. Und das Gegenteil davon ist vielleicht eher dieses Anpassungsprozesses, ist vielleicht eher älter werden, unflexibler werden, aber bestimmt nicht krank sein. Weil je kranker ich bin, desto mehr brauche ich eigentlich die Gesundheit, die mir hilft, aus dieser Krankheit herauszukommen oder mit dieser Krankheit umzugehen. Und worauf ich halt im letzten Buch gar nicht so recht eingehen konnte, ist, wie sieht das denn in Zukunft aus? Wo entwickelt sich denn die ganze biomedizinische und biologische Forschung hin, damit wir diese Anpassungsfähigkeit, damit wir also mit dieser Definition von Gesundheit besser leben können? Und da kommen wir dann zu meinem neuen Buch, und das ist auch der Grund, warum ich das jetzt endlich geschrieben habe. Ich wollte es schon seit zehn Jahren machen. In dem Buch geht es im Grunde um Systembiologie. Das ist eine Wissenschaft, die ist schon relativ alt, aber sie hat erst jetzt die Werkzeuge, die sie braucht, um wirklich sinnvolle Erkenntnisse zu erzielen. Ich würde gerne noch mal kurz bei dem Begriff Gesundheit bleiben. Denn ein Gedanke, der mir eben kam, ist, du sagst, eine gute Definition oder die Definition, die du vorschlägst, ist ein Mensch, der sich in der Lage ist, sich an verändernde Rahmenbedingungen anzupassen, ist gesund. Gilt das nicht für jeden Menschen? Also auch Menschen, die eine Krankheit haben? Wahrscheinlich bringe ich jetzt die Definitionen durcheinander. Aber nur mal zum Klären, ist nicht jeder Mensch in der Lage, seine Muskulatur zum Beispiel an einen Reiz anzupassen, wenn er sich dem aussetzt? Ja, das ist genau der Punkt. Nach der Definition sind zumindest Krankheit und Gesundheit keine Gegensätze. Und ich kann gleichzeitig krank und gesund sein. Das ist ganz wichtig dabei. Das heißt, damit, wenn ich das Gesundheit so sehe, demotiviere ich kranke Menschen nicht. Unsere Medizin sagt allen Menschen, teilt sie ein. Du bist krank, du bist gesund. Und krank, das sind die, wo man irgendwas tun muss. Man muss ihnen Medikamente geben oder man muss irgendwie irgendwas mit ihnen anstellen, damit sie wieder gesund werden. Der Gedanke, wenn wir aber merken, Gesundheit ist ein Prozess, der unterschwellig abläuft und der mir hilft, meine Krankheit zu überwinden. Oder, wenn es chronische Krankheiten sind, die man nicht überwinden kann, wenigstens mit dieser Krankheit gut zu leben. Das geht ja auch in Maßen. Dann wird eine Medizin plötzlich nicht mehr die Krankheit bekämpfen und versuchen, die Symptome und die Krankheit auszumerzen. Zumindest in der Regel nicht. Bei Knochenbrüchen, bei Krebserkrankungen wird sie es nach wie vor tun. Bei Infektionen auch. Aber bei den ganzen chronischen Krankheiten wird sie eher darauf setzen, den Gesundheitsprozess so zu steuern, zu regeln, zu beeinflussen, dass diese Krankheiten alle gar nicht erst auftreten. Und das ist ein totaler Paradigmenwechsel. Und dazu müssen wir natürlich all das, dazu müssen wir erstmal begreifen, was Biologie eigentlich ist. Dazu müssen wir begreifen, dass Gesundheit eben etwas ist, was wir lenken können, was wir beeinflussen können und was wir in eine Richtung bewegen können, dass die allermeisten Krankheiten überhaupt nicht erst entstehen werden. Und wenn wir das alles begriffen haben, dann müssen wir fragen, wie gelingt uns das denn? Und das gelingt uns natürlich erst dann, wenn wir unser Leben so gut vermessen können, so gut begreifen können, so viele Daten über unser Leben haben und so viel auch verstehen, was dabei abläuft, dass wir tatsächlich in der Lage sind, dieses in dem Fall unfassbar komplexe System, das unser Leben ja darstellt. Das ist ja total komplex, ist viel komplexer als zum Beispiel der Wetterbericht. Und der funktioniert ja inzwischen auf drei Tage vielleicht ganz gut, aber unser Leben für drei, vier Tage vorher zu sagen, das gelingt leider noch nicht. Aber das wird gelingen und das ist die Zukunft. Das ist faszinierend. Es ist ja in der Tat so, das kennt ja jeder von uns, zum Arzt geht man ja erst, wenn irgendwelche Probleme auftreten. In der Regel, wenn wir jetzt bestimmte Präventivmaßnahmen mal ausnehmen, wie den halbjährlichen Besuch beim Zahnarzt zum Beispiel. Das heißt, wir fangen erst da an, unser Verhalten zu ändern oder irgendwie entgegenzuwirken, wenn wir schon krank sind. Wenn ich das richtig interpretiere, dann sagst du, besser wäre es ja viel früher anzufangen, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und da kommt dann die Systembiologie ins Spiel, um die es ja in deinem Buch auch geht. Wie ist denn Systembiologie überhaupt definiert? Ja, Systembiologie ist im Grunde der Versuch, Prozesse des Lebens mithilfe der Mathematik zu beschreiben. So wie damals die Astronomen vor 300 Jahren die Planetenbahnen mithilfe der Mathematik beschreiben konnten, so versuchen Systembiologen zu beschreiben, wie sich mein Leben abspielt, das Leben meiner Zellen und wie es sich über die Zeit hinweg verändert. Und wenn ich das kann, dann kann ich Modellrechnungen machen und diese Modelle sozusagen in die Zukunft fortschreiben. Und dann fange ich an, so wie Klimatologen den Wetterbericht erstellen und sagen, in drei Tagen wird die Sonne scheinen, so kann ein Systembiologe in der Theorie irgendwann sagen, in drei Tagen solltest du vielleicht doch mal ausgiebig spazieren gehen und nicht immer nur im Bett liegen und Fernsehen gucken oder so. Also weil, wenn du das jetzt immer weiter so machst, dann geht es dir irgendwann schlecht. Das ist Systembiologie. Es gibt ein Beispiel, wo man es im Moment sehr häufig einem das begegnet. Das ist in der Corona-Pandemie, in diesen Modellrechnungen. Es sind nämlich genau Systembiologen wie Viola Prisemann zum Beispiel oder Michael Mayer-Hermann. Wir kennen diese Forscher aus den Medien, aus dem Fernsehen, aus den Talkshows. Die rechnen ja aus ganz vielen komplexen Faktoren. Es ist ja nicht simpel, was die machen, sondern es ist, auch das ist schon hochkomplex, berechnen Sie aus dem Verlauf der Corona-Pandemie bisher, wie sie sich in Zukunft verändern wird unter bestimmten Annahmen. Etwa wird es eine Ausgangssperre geben oder nicht? Werden die Schulen zugemacht oder nicht? Wie mobil sind die Menschen? Wie viel reisen die umher? Gehen die plötzlich wieder in Restaurants? All diese Faktoren werden dann durchgerechnet und dann entstehen natürlich verschiedene Zukunftsszenarien. Und diese Zukunftsszenarien wiederum, die kann man sich anschauen und kann dann sagen, nee, also Ausgangssperre ist vielleicht nicht so effektiv oder es ist sehr effektiv. Also das kann ich nicht beurteilen, aber die Systembiologen, die können das dann beurteilen. Und die sagen, mach dies und das und das und das, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Inzidenzen wieder runtergehen. Und das ist im Grunde angewandte Systembiologie. Nur leider ist so eine, oder zum Glück muss man natürlich sagen, ist so eine Pandemie noch vergleichsweise einfach zu verstehen. Meine persönliche Gesundheit oder deine Gesundheit, die ist nochmal viel, viel, viel komplexer. Und das fängt dabei an, und da sind wir wieder bei Gesundheit und Medizin, dass von 90, 95 Prozent der Krankheiten, die Menschen haben, man überhaupt noch nicht weiß, woher sie kommen, wie sie entstehen. Man kennt die Krankheit, man kennt vielleicht auch Mittel dagegen, die aber nur gegen irgendwelche Symptome gerichtet sind. Bluthochdruck ist so ein Beispiel. 95 Prozent der Bluthochdruckfälle haben die Ärzte keine Ahnung, wo sie herkommen. Sie geben natürlich Blutdrucksenker und das wirkt bei vielen auch, aber das ist keine Medizin in dem Sinne, dass sie die Ursachen der Krankheiten bekämpft, sondern irgendein Symptom. Und das haben wir bei fast allen Krankheiten so. Und deshalb tut sich die Medizin so schwer und deshalb ist die Medizin tatsächlich darauf angewiesen, dass die Menschen erst kommen, wenn sie krank sind und Symptome haben. Weil vorher sieht man ja gar nicht, ob sie die Krankheit haben. Wenn wir aber all das verstanden haben, dank Systembiologie, dank der Vermessung des Lebens, die derzeit in dramatischer Weise besser wirkt, wegen wissenschaftlicher Fortschritte, die wirklich dramatisch sind im Moment, auf allen möglichen Gebieten. Und die versetzen uns tatsächlich in die Lage, dass wir absehen können, dass wir in wenigen Jahren von ganz vielen Krankheiten wissen, wo sie herrühren. Und dass wir Menschen dann nur noch beobachten müssen und dann sehen, hoppla, bei dir läuft gerade irgendwie was schief. Und das könnte dazu führen, dass du in fünf, sechs, sieben Jahren Bluthochdruck bekommst. Aber wenn du jetzt das und das tust, dann wirst du den in fünf, sechs, sieben Jahren nicht bekommen. Und das ist der Unterschied dann. Das wird eine völlig andere Medizin sein. Der Arbeitstitel für mein Buch war das Ende der Medizin. Im Grunde Medizin, wie wir sie heute kennen, wird es eigentlich nicht mehr geben. Das ist ja ein ziemlicher Paradigmenwechsel. Ich musste eben daran denken, als du die Art und Weise beschrieben hast, wie Systembiologie arbeitet, an die Art und Weise, wie ich halt Tracker nutze. Ich bin ja ein totaler Fan von Datensammeln über meine Fitnessdaten. Ich gebe jeden Tag mein Ernährungstagebuch ein. Ich habe hier zwei, eine Smartwatch und einen Fitness-Tracker am Armband, zum Beispiel mein Whoop-Armband. Das misst Bewegung, also Aktivität und es misst halt die Herzfrequenz und die Herzfrequenzvariabilität. Über die Daten wird auch eine Abschätzung beim Schlafen darüber abgegeben, wie tief ich schlafe, in welcher Schlafphase ich gerade bin. Und ich vermute, dass das nicht immer 100 pro genau ist. Aber was ich halt sehr gut dadurch machen kann, ist, dass ich Trends erkennen kann, dass ich gespiegelt bekomme, wann ich wie gut und wie lange geschlafen habe. Das sind ja auch Dinge, wo mein Körper jetzt nur bedingten Sinnesorganen für hat. Und gleichzeitig wird ein Regenerationswert ermittelt, sodass ich halt morgens, wenn ich aufwache, sehen kann, wie gut ich regeneriert bin. Da spielt sicherlich die Schlafdauer mit rein, aber auch die Herzfrequenzvariabilität. Also verschiedene Messwerte, die erfasst werden und die dann eine Prognose abgeben über die Art und Weise, wie ich meinen Körper an dem Tag belasten kann und wie stark ich ihn belasten sollte, wenn ich weiter Trainingsfortschritte machen möchte. Ist das denn dann Systembiologie? Im Grunde ist das schon eine ganz abgespeckte Variante von Systembiologie. Ja, also Systembiologie würde das natürlich jetzt noch wissenschaftlich untermauern wollen, aber auch in der Software, die die Werte aus deinen Uhren auswertet, stecken ja ganz viele Algorithmen. Und Systembiologie macht genau das. Sie versucht mithilfe von Algorithmen, von mathematischen Formeln, Prozesse des Lebens zu beschreiben. Die erste systembiologische Formel, die ist vor 100 Jahren entwickelt worden und hat die Beziehung von Räubern zu ihrer Beute beschrieben. Wir kennen vielleicht viele noch aus der Schule, da hat man das vielleicht durchgenommen mal. Wenn Beutetiere ganz zahlreich sind, dann vermehren sich natürlich auch die Räuber mit einem Zeitverzug, weil sie ganz viel zu fressen haben. Jetzt fressen die aber ganz viel, dann nimmt die Beutezahl der Beute ab und dann hat irgendwann auch das Raubtier weniger zu fressen und wird auch weniger. Und das hat man schon vor 100 Jahren mit einer Gleichung berechnen können, wie der Zusammenhang zwischen diesem Räuber und der Beute ist und konnte das in die Zukunft fortschreiben. Wie sich das weiterentwickeln wird, war für Jäger ganz interessant, also für Menschenjäger. Und das ist auch schon Systembiologie. Und im Grunde ist das, was du mit deinem Sleep Tracker machst, nichts anderes. Nur, dass du die Formeln nicht siehst und die Formeln nicht selber entwickelt hast, das lässt du dann irgendein Computerprogramm erledigen. Und das aber exakt ist Systembiologie. Ich habe sowas ähnliches schon vor mehr als 30 Jahren in meiner Doktorarbeit gemacht und ich habe Heuschrecken einem Windkanal fliegen lassen und habe denen optische Muster vorgespielt. Und dann habe ich geguckt, wie reagieren die auf diese Muster. Und jetzt sind wir wieder im Grunde bei Regelungstechnik. Damals habe ich gesagt, es ist Bio-Kybernetik. Das ist auch so eine Art Vorläufer der Systembiologie gewesen. Ich bezeichne mich manchmal auch als Bio-Kybernetiker, weil ich das damals gemacht habe. Ich habe versucht, das Regelungssystem dieser Heuschrecke zu erkunden. Und dann habe ich ein Computerprogramm beschrieben, in dem ich Annahmen gemacht habe und mit dem ich Heuschrecken simulieren konnte. Und dann konnte ich nachgucken, machen die echten Heuschrecken im Windtunnel das, was ich vorher am Computer simuliert habe. Und das war dann sozusagen der Test, ob die Annahmen, die ich für das Regelsystem gemacht habe, stimmen oder nicht. Und genau das ist im Grunde, was dein Sleep Tracker, der funktioniert nur deshalb so gut, weil vorher natürlich ganz viel mit Daten überprüft worden ist und die Software immer wieder gegengecheckt worden ist. Und in einem nächsten Schritt übernimmt sowas vielleicht mal eine künstliche Intelligenz und Deep Learning Verfahren. Ein Algorithmus, der mit immer mehr Daten gefüttert wird und diese Probleme dann immer besser lösen kann, weil er das immer mehr selber lernt. Und das sind genau diese technischen Fortschritte, die uns im Moment, oder ich sage mal so, die diese Systembiologie, die es ja schon lange gibt, im Moment total an uns heranbringt und anfängt, in unsere Lebenswirklichkeit hineinzukommen und unser Leben jetzt schon zu verändern. Denn du veränderst dein Leben, weil du den Sleep Tracker hast, weil du Systembiologie machst. Zwar noch eine sehr schwache Variante, aber du machst es. Ich habe zum Beispiel auch mit meinem Sleep Tracker festgestellt, dass immer, wenn ich am Abend Alkohol getrunken habe und ich trinke nicht zu viel Alkohol, wirklich nicht, also auch geringe Mengen Alkohol, dann habe ich eine katastrophale Herzratenvariabilität in der Nacht. Das habe ich auch festgestellt. Ich selber habe zwei Bücher bei Schlaf geschrieben, ich weiß das eigentlich, aber ich habe immer gedacht, naja, das ist vielleicht, wenn man eine ganze Flasche Wein getrunken hat. Nein, es ist schon, wenn ich ein, zwei Gläser Wein getrunken habe und seitdem bin ich, ich trinke immer noch Alkohol, aber ich passe doch auf und ich achte tatsächlich darauf, mindestens vier Tage in der Woche gar keinen Alkohol mehr zu trinken. Das habe ich früher so nicht gemacht und da sieht man, wie zum Beispiel Systembiologie direkt wirkt und mich verändert. Also die Frage, die sich da ja aufdrängt und ich bin da wie du, also mir bringt das total Spaß, diese, ich will das auch wissen, ja. Und wenn ich mit anderen drüber rede, dann wird mir auch häufig gesagt, ja Mensch, ey, das will ich eigentlich gar nicht wissen, da verliere ich doch total den Spaß am Leben. Was darfst du denn dazu? Ist da nicht was dran? Auf den ersten Blick ja, auf den zweiten Blick nein, im Gegenteil. Also bei Spaß geht es ja immer auch um Freiheit. Also für mich zumindest, das hängt immer ganz klar zusammen. Spaß habe ich, wenn ich Freiheit habe, Entscheidungsfreiheit habe, Kontrolle über meine eigenen Entscheidungen. Und es wird in dem Moment weniger spaßig, wenn ich fremdkontrolliert bin. Und wir denken immer, in so einem Fall wird ja plötzlich mein Tracker, meine App oder so, die kontrolliert mich. Aber da geht es ja darum, wer definiert die Ziele. Und solange ich selber definiere, welche Ziele ich erreichen will, ist der Tracker nur ein Hilfsgerät, was mir mehr Freiheit schenkt. Ohne den Tracker müsste ich mich womöglich auf Ratgeberliteratur verlassen und müsste lauter komische Ratschläge befolgen, die für den durchschnittlichen Menschen gemacht sind, der ich aber nicht bin. Und insofern müsste ich ganz, ganz viel unsinnigen Kram machen, in der Hoffnung, dass vielleicht ein bisschen was Sinnvolles dabei ist. So funktioniert übrigens heutige Medizin auch ganz viel, weshalb sie unheimlich unpräzise ist und Patienten unfrei macht. Weil sie in der Hoffnung, irgendwie auch mal den richtigen Treffer zu landen, ganz viel Blödsinn macht. Der zumindest für diesen individuellen Menschen Blödsinn ist, für anderen vielleicht auch was Gutes. Also, ich hole sehr weit aus, aber um das verständlich zu machen, das heißt, je weniger ich weiß von dem, was mit mir passiert, mit mir ganz individuell, mit meinem eigenen Erbe, meiner eigenen Vergangenheit, auch meiner Kindheit und vielleicht der Kindheit meiner Eltern, Wie weniger ich über diese Dinge weiß, desto unfreier bin ich und desto weniger Spaß habe ich im Leben, weil ich nicht weiß, wie ich meine Ziele erreichen kann. Die Systembiologie und dieses Tracking und all diese Daten, die ich erstelle, also diese Feedback-Schleifen, die ich schließe dadurch ja letztlich, weil ich nun mal nicht für alles ein Sinnesorgan habe. Also, die Natur funktioniert so, für die lebenswichtigen Dinge, die allerdings leider nur für den Steinzeitmenschen wichtig waren, gibt es lauter Rückkopplungsschleifen, von denen merke ich gar nicht, die passieren unbewusst, die sagen mir schon rechtzeitig, dass ich nicht auf die heiße Herdplatte fassen sollte, weil die ist verdammt heiß und deshalb mache ich es nicht, ich spüre es vorher. Die sagen mir aber nicht, dass es schlecht ist, immer wieder ein bisschen zu wenig zu schlafen, dafür gibt es kein Sinnesorgan oder eben Alkohol vor dem Schlafen zu trinken, dass das auf Dauer, wenn ich es jeden Tag mache, nicht gut für mich ist. Dafür habe ich keine Sinnesorgane, weil es in der Steinzeit nicht wichtig war und Evolution wahnsinnig langsam ist. Also nutze ich jetzt die Technik, um solche Rückkopplungsschleifen, die für mich in der modernen Welt, in meinem modernen Leben, wo ich den ganzen Tag am Schreibtisch sitze und eben nicht draußen bin und einen Mammut jage, in dieser Welt sind diese Informationen für mich unheimlich wichtig und ich brauche technische Sinnesorgane, die mir helfen, sie zu begreifen. Und das macht mich frei, weil dann merke ich plötzlich, was für mein Leben wichtig ist und kann selber entscheiden, das ist natürlich der wichtige Punkt, kann selber entscheiden, trinke ich jetzt doch mehr oder weniger Alkohol zum Beispiel. Gefährlich wird es in dem Moment, wo meine Daten missbraucht werden, wo meine Krankenkasse, wo der Staat, wo irgendwelche großen Unternehmen die Daten bekommen, um damit Geld zu verdienen und Macht über mich auszuüben. Dann werde ich unfrei. Und da, das ist eine Sache, wo wir uns in Zukunft noch viel Gedanken drüber, da können wir ja später noch drüber reden, aber solange ich die Kontrolle über alles behalte, raubt es mir auch keinen Spaß. Ein Beispiel, Entschuldigung, aber das ist, glaube ich, ganz wichtig, das an dieser Stelle noch zu erklären, weil es eine unheimlich wichtige Frage ist, die du stellst, die unheimlich viele Menschen auch beschäftigt. Wo führt das denn hin eines Tages? Was ist das Ziel? Das Ziel ist etwas, was man den digitalen Zwilling nennt. Einen digitalen Zwilling, das benutzen zum Beispiel Ingenieure auch heute schon, wenn sie Maschinen entwickeln, sie konstruieren diese Maschinen zuerst im Computer. Flugsimulator. Flugsimulator wäre auch ein Beispiel. Und dann probieren sie im Computer anhand eines digitalen Zwillings aus, welches Material sie am besten verwenden sollten, je nachdem, was für Anforderungen an die Maschine gestellt werden. Und erst, wenn sie sich da ziemlich sicher sind, bauen sie die Maschine auch. Und so Ähnliches hat die Biologie, die Systembiologie auch mit den Menschen vor. Sie will digitale Zwillinge von uns schaffen. Das heißt, sie sammelt so viele Daten, wie sie kriegen kann von uns, auch genetische Daten, aber auch Daten über die Psychologie, über meine Vergangenheit. All diese Daten, mit denen füttert sie Computer, künstliche Intelligenzen, die natürlich nicht wirklich intelligent sind, aber die aber in der Lage sind, selbst zu lernen, selbst lernende Algorithmen. Und die berechnen daraus dann Modelle. Und diese Modelle, so wie auch bei den Corona-Modellen, die fütter ich jetzt mit möglichen Zukunften. Die eine Zukunft ist, ich trainiere auf dem Marathon. Die andere ist, ich lasse das mit dem Laufen sein, weil ich mich vielleicht verletzt habe und trinke jeden Abend eine Flasche Rotwein. Und dann wird das durchgerechnet. Und dann gibt es zwei digitale Zwillinge. Der eine digitale Zwilling ist der, der zum Marathon trainiert. Der andere digitale Zwilling ist der, der verletzt ist und jeden Abend eine Flasche Rotwein trinkt und ansonsten nur hinter seinem Schreibtisch sitzt. Und dann sehe ich letztlich in einer Art Gesundheits-App oder einem Gesundheits-Navigator, der zeigt mir nur noch das Ergebnis von all dem. Der zeigt mir nur noch, wenn du das machst, dann siehst du in zehn Jahren oder in fünf Jahren so aus und wenn du das machst, siehst du so aus. Und dann habe ich aber die Möglichkeit zu entscheiden, für welchen Weg ich wähle. Und deshalb kann es meines Erachtens funktionieren und kann auch großen Spaß machen. Und so eine Gesundheits-App, so ein Gesundheits-Navigator, der auf digitalen Zwillingen basiert, das ist im Grunde nichts anderes als das, was der Navigator im Auto auch macht, der mir den Weg zeigt. Ich definiere das Ziel. Ich sage dem Auto, fahre mich nach Berlin. Und dann sagt mir, das ist nur ein dummer Computer in diesem Auto, der verbrechnet mir jetzt den kürzesten Weg nach Berlin. Auf halber Strecke fällt mir einer, ich muss ja irgendwie noch in Wien jemanden einsammeln. Dann fahre ich nach Wien und der Computer kann mich mal. Aber ihn wird das gar nicht stören, sondern der Navigator, die Navi-App im Auto, die berechnet mir immer wieder den kürzesten Weg nach Berlin, von da, wo ich gerade bin. Also wenn ich auf dem Weg plötzlich sehe, ich möchte einen Umweg machen, ist das überhaupt kein Problem. Und das ist Freiheit. Und deshalb hat eben das Navi im Auto, anders als viele damals befürchtet haben, uns den Spaß am Autofahren ja auch nicht geraubt. Und genauso wird es mit der Gesundheits-App auch sein. Ja, das ist ja der Punkt. Wenn ich nach Berlin fahre, von Hamburg, kann es ja unterschiedliche Motive geben. Es kann sein, dass ich sage, ist mir alles egal, ich will so schnell wie möglich ankommen. Oder ich entscheide mich und sage, nee, ich möchte ganz gerne eine schöne Route fahren und unterwegs noch ein bisschen was erleben und bin dafür vielleicht ein paar Tage länger unterwegs. Wenn ich da vielleicht nochmal eintragen, weil das Bild auch so schön verständlich die Sache macht. Früher, als es keinen Navi im Auto gab, da habe ich mir den Weg vielleicht vorher auf der Landkarte angeguckt, habe ihn eingeprägt und es wäre eine Katastrophe gewesen, wenn ich davon abgekommen wäre. Oder wenn ich plötzlich gesehen hätte, oh, da ist ja irgendwie, da ist ein wunderschöner Berg, da gibt es bestimmt eine schöne Aussicht. Ich hätte mich nicht getraut, da hinzufahren, weil ich ja nicht gewusst hätte, wie ich von diesen Bergen wieder dann nach Berlin komme. Heute mit dem Navigationsgerät ist es überhaupt kein Problem. Ich kann machen, was ich will. Dieser Computer rechnet mir immer aus von da an dann den kürzesten Weg nach Berlin. Das heißt, er hat mir total viel Freiheit geschenkt. Und genau so wird es mit der Systembiologie auch sein. Weil wir plötzlich unser Leben berechnen können, werden wir unfassbar frei sein. Wir befinden uns ja häufig an so einem Scheideweg. Okay, ich tue etwas heute, ich fange an mit Training oder verändere meine Ernährung zum Vorteil, oder zum Vorteil für meine Gesundheit. Ich glaube, die wenigsten Menschen, viele beschäftigen sich sicherlich auch nicht so viel mit diesem Thema, wie wir beide, wissen gar nicht, welche Konsequenzen das hat, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Und auch da, also gerade bei der Ernährungswissenschaft, müssen wir wahrscheinlich auch sagen, dass viele Dinge auch einfach noch nicht ausreichend erforscht sind. Du bringst in deinem Buch das Beispiel von dem Blutzuckermessgerät. Da gibt es ja diese Messgeräte, die sind eigentlich für Diabetiker entwickelt worden. Sieht man auch häufiger mal, die haben Leute hinten am Trizeps, die dann per Funk, die halt permanent den Blutzuckerspiegel messen über so eine kleine Sonde, die unter der Haut dann liegt, übertragen das an eine App, meine ich. Und dann sieht man halt genau, wie ist die Reaktion meines Körpers auf das, was ich gerade gegessen habe. Diabetiker können dann halt entsprechend dadurch das Insulin dosieren. Aber auch für Menschen, die keinen Diabetes Typ 2 manifestiert haben, kann das ja hilfreich sein, um die Ernährung zu steuern. Denn die Reaktion auf bestimmte Lebensmittel ist ja offenbar ganz unterschiedlich. Genau, also das kann man inzwischen auch untersuchen. Und das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie eben die Systembiologie und dieser Gedanke der Systembiologie uns auch diese Gesundheit, diesen Gesundheitsprozess unterstützen wird und sozusagen dafür sorgt, dass eine Krankheit, in dem Fall vielleicht Typ 2 Diabetes, nie auftreten wird. Es gab eine ganz bekannte Studie, eine israelische Studie, die haben 800 gesunde Menschen über einen längeren Zeitraum eben mit einem solchen Glucosesensor gegeben und haben die Reaktion auf alle Mahlzeiten und auch Snacks und Getränke und so weiter erfasst. Gleichzeitig haben sie denen auch deren Lebensstil mit Fitness-Trackern verfolgt, sie haben ihr Mikrobiom gemessen, sie haben also versucht, auch möglichst viele andere Daten von ihnen zu gewinnen, die irgendwie in dieses System beeinflussen. Und dann haben sie zunächst schon mal festgestellt, diese 800 Menschen reagieren völlig unterschiedlich auf die verschiedenen Nahrungsmitteln. Bei den einen treibt Reis den Glucosespiegel total schnell in die Höhe, beim anderen sind es Trauben. Und gut, also zuckerhaltige Limonade, ich will jetzt keine Namen nennen, die wirkt bei allen ziemlich gut, aber das wusste man auch vorher schon. Aber es sind eben gerade auch die anderen Lebensmittel, auf die die Menschen sehr unterschiedlich reagieren. Das kann mit Mikrobiom zusammenhängen, es kann mit so vielen Sachen zusammenhängen und das ist ja gerade wie bei den Krankheiten eben auch, man weiß es heute noch gar nicht. Und da wird auch unheimlich viel geforscht und all das greift natürlich zusammen. Und jetzt haben die Forscher was ganz Spannendes gemacht in dieser Studie. Sie haben nicht nur gesehen, dass das so unterschiedlich ist, sondern sie haben tatsächlich dann eben auch so eine künstliche Intelligenz mit den Daten gefüttert. Sie haben diese berühmten Deep Learning, tiefes Lernen, und tiefe Lernalgorithmen angesetzt und mit diesen Daten gefüttert. Und dann hat der Computer selbst gelernt, wie er, welche Menschen, unter welchen Voraussetzungen, was er ihnen für Ernährungsempfehlungen geben kann. Weil es ist eben so komplex, es sind so viele verborgene Muster in diesen vielen Daten, dass wir als Menschen, wir sind nicht dafür gemacht, die zu erkennen. Das können wir nicht, weil es zu kompliziert ist. Ich kann ja auch nicht das Wetter vorhersagen. Und genau das übernimmt dann eben diese Algorithmen, die sind dafür gemacht, die können das sehr gut, besser als wir, solche verborgenen Muster erkennen in riesigen Datenwolken. Also die Forscher beschreiben das als Datenwolken und die Rechner, die suchen jetzt das Muster darin. Und in dieser Studie, bei diesen 800 Menschen, hat man dann eben Muster erkannt und diese Muster wurden dann von den Computern in solche Navigatoren übersetzt, in Art Ernährungsberater, virtuelle Ernährungsberater. Und dann wurde eine ganz andere Gruppe von Menschen, doppelblind, also niemand wusste, welcher dieser Menschen jetzt von dem Computer beraten wurde oder von einem echten Ernährungsberater, einem menschlichen. Und die Ergebnisse waren nicht mehr zu unterscheiden. Also sie waren jetzt auch nicht besser als bei den menschlichen Ernährungsberatern, aber sie waren auch nicht schlechter. Und da sieht man eben, wo es hinführen wird. Und das funktioniert inzwischen übrigens auch bei der Analyse von radiologischen Aufnahmen. Also sehr, sehr gut. Also in der Pathologie wird ganz viel inzwischen von Computern erledigt, weil die offensichtlich weniger Fehler machen als die Ärzte. Oder zumindest wird es immer doppelt abgesichert auch durch Computerdiagnosen. Also in der Medizin wird schon ganz viel in dieser Richtung gearbeitet. Das heißt, also das ist ja ein super relevantes Thema für das Thema Fitness. Wenn wir das Szenario jetzt mal nehmen, dann sagst du, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, in der Zukunft, wenn jemand sagt, ich hätte gerne ein Sixpack. Heute ist es so, dass Menschen sagen, Mensch, ich habe schon alles mögliche ausprobiert. Bei mir funktioniert nichts. Ich weiß nicht, was ich tun soll. In der Zukunft könnte mit der Hilfe der Systembiologie das Verhalten analysiert werden. Bestimmte Messwerte werden erfasst. Und dann werden ganz konkrete Handlungsempfehlungen gegeben. So zum Beispiel, du könntest hier an der Ernährung das und das ändern. Sondern das, was du halt, keine Ahnung, eingekauft hast, ändere doch nochmal hier das und das dran. Und dann wirst du definitiv Fortschritte machen. Ja, also genau das ist im Grunde das Ziel. Genau, also dazu müssen die Daten natürlich sehr gut sein. Also die künstlichen Intelligenzen sind immer nur so gut wie die Daten, mit denen sie gefüttert werden. Dazu muss aber auch das Wissen über die Daten noch steigen. Also es muss noch viel Wissenschaft betrieben werden. Biologische Forschung. Wir müssen noch mehr über die Genetik erfahren, über die Epigenetik, über die Genregulation, über wie Organe funktionieren. Aber all das geschieht im Moment überall auf der Welt. Und da macht die Wissenschaft unheimliche Fortschritte. Und wenn man dann diese guten Daten hat und weiß, welche Daten relevant sind und damit dann auch noch Hochleistungsrechner füttert. Auch da wird ja die Technik immer besser. Die Rechner werden immer schneller, immer größer, können mit immer mehr Daten in kürzerer Zeit umgehen. So, dass es inzwischen, also noch vor zehn Jahren, hätte ich gesagt, das ist eine echte Utopie. Aber inzwischen ist man so weit, dass man sagen kann, es ist in absehbarer Zeit möglich, dass es funktioniert. Dass ich Ziele beschreiben kann, dass ich sagen kann, ich will ein Sixpack haben. Oder sagen kann, ich will ganz viel Spaß im Leben haben. Also es darf ruhig auch gefährlich sein. Ich will Bergtouren machen, aber ich will trotzdem ein möglichst langes Leben dabei haben, auch wenn es sich vielleicht widerspricht. Aber wie kriege ich das dann unter einen Hut? Also ich definiere die Ziele und dann berechnet mir ein, aus meinen Daten, die permanent erfasst werden, die auch immer weiter erfasst werden müssen natürlich. Und die auch Daten über meine Kindheit enthalten. Also je komplexer, desto besser. Auch Daten über die Kultur, in der ich aufwachse. Das macht einen Unterschied natürlich, ob ich in Deutschland lebe oder in den USA und so. Also auch all diese Dinge, auch soziologische Daten, kulturwissenschaftliche Daten fließen ein. Und dann weiß dieser Gesundheitsnavigator, oder in dem Fall wäre es dann ein Sixpack-Navigator, der Sixpack-Navigator weiß dann, was ich tun soll und wie ich es so tun kann, dass es möglichst mit größter Wahrscheinlichkeit zum Erfolg führt. Und weil er mich weiter auch kontrolliert, das ist eben ein Feedback-System, was nicht einmal misst und dann mich mit Regeln für die nächsten zehn Jahre allein lässt, sondern es ist ein permanentes Feedback-System und das korrigiert sich natürlich auch immer selbst. Also wenn ich zu viel oder zu wenig mache, dann werde ich in die richtige Richtung gestupst. Und weil ich von all dem nichts mitkriege, ist es letztlich auch nicht etwas, was mich irgendwie unter Druck setzt, sondern ich muss ja theoretisch, also wenn jemand tickt wie du und ich, dann würden wir vielleicht auch gerne die Rohdaten sehen, würden den Prozess gerne begleiten. Das würde uns jetzt nicht stressen, aber wenn jemand anders tickt, ist er dadurch vielleicht wahnsinnig gestresst und kann überhaupt nicht mehr gut schlafen, und wenn er plötzlich sieht, die Schlafwerte sind unheimlich wichtig für das Ziel, ein Sixpack zu kriegen. Das würde manchen Menschen ja so einen Stress machen, dass sie plötzlich nicht mehr schlafen können. Deshalb ist es theoretisch wichtig, für manche Menschen zumindest, dass wir über diesen ganzen Prozess, der da unterschwellig abläuft, gar nichts mitbekommen, sondern nur vielleicht die Tipps kriegen, was wir tun sollen. Und dann leben wir danach und dann werden wir die positiven Veränderungen natürlich spüren. Also ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen da, wenn sie das so hören, auch Bedenken haben, weil sie Angst haben, du hattest es auch schon angesprochen, ich möchte trotzdem nochmal darauf eingehen, die Kontrolle abzugeben. Und solche Fragen stellen sich ja wie, ja, was ist denn, wenn der Algorithmus einen Fehler macht? Was wäre denn, wenn jetzt zum Beispiel ein Sensor falsche Daten liefert? Es gibt ja jetzt in anderen Bereichen, nehmen wir zum Beispiel, ich muss jetzt ein bisschen schwarzmalen hier, aber ich glaube, die Gedanken kommen sonst auch beim Zuhörer. Wir hatten gerade einen Fall vor ein, zwei Jahren, wo ein neues Flugzeugmuster des Herstellers Boeing ein Problem hatte. Aufgrund eines Sensorfehlers hat dann die Steuerung nachgeregelt und Flugzeuge eben zum Absturz gebracht. Und der Pilot, der konnte dann auch nicht mehr viel machen. Da kann man sich ja Szenarien auch ausmalen, die, wenn wir der Technik eben hier die Kontrolle, naja, wir können ja selbst schon noch entscheiden, sagtest du ja auch, aber besteht nicht auch die Gefahr, dass wenn hier Fehler passieren bei der Datenerfassung oder eben auch im Algorithmus, dass wir einfach in die falsche Richtung steuern und dann die Sache schlimmer machen, als wir das eigentlich vorhatten? Ja, also man sollte sicherlich den Verstand nie abschalten dabei, weil man plötzlich merkt, irgendwie geht das in die falsche Richtung, was mir mein Gesundheits-App da die ganze Zeit sagt. Irgendwie tut es mir nicht gut. Dann sollte man auch darüber nachdenken, dass das vielleicht einfach nicht richtig ist, das Gerät. Also wenn ich mit dem Auto nach Berlin fahren will und ich lande in Paris, dann weiß ich ja auch, dass wohl der Navigator im Auto falsch war. Und es gibt zwar diese Bilder, die dann mit dem Auto trotzdem noch in den Fluss, die gibt es ja angeblich, weil ihr Navi sagt, da muss eine Brücke sein und sind wirklich in den Fluss gefahren. Aber ich meine, so dumm ist ja in Wahrheit niemand. Und genauso wird es da natürlich auch sein. Das ist das eine. Also hundertprozentig vertrauen darf man sowieso nie. Aber ich vertraue ja auch meinen Ärzten nicht. Ich vertraue auch der Ratgeberliteratur nicht. Ich vertraue ja auch jetzt den Leuten, die mir jetzt irgendwie was sagen wollen. Zumindest nicht in jedem Fall. Den Ärzten vertraue ich noch deutlich mehr als der Ratgeberliteratur zum Beispiel. Aber wir beobachten uns natürlich weiter selbst. Dann gibt es ja auch noch eben die Biologie, die wir sind, die ja auch noch checkt, die mir wirklich auch Rückmeldungen gibt, geht es mir gut oder schlecht. Dann wird es natürlich immer eine Art Gesundheitsbegleitung geben. Ganz wichtig. Es wird natürlich auch Ärztinnen geben, die mir weiterhelfen, die das beobachten. Die haben halt vielleicht andere Aufgaben. Also die Medizin wird im idealen Fall wieder zu so einer sprechenden Medizin, die wir ja total vermissen, weil die ÄrztInnen sich nicht mehr um diesen ganzen Datenkram und diese ganzen Maschinen kümmern müssen. Können sie sich wieder mit mir unterhalten? Sie können mir zuhören? Sie können ins Gespräch kommen? Und das wird, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt sein, dass es diese Gesundheitsmedizin, die es dann gibt, dass man da ins Gespräch kommt mit Experten. Auch Psychologen werden ganz wichtig sein. Bewegungstherapeuten werden wichtig sein. Hebammen, ErnährungsberaterInnen, all die werden wichtig sein. Mit denen werde ich sprechen, reden. Und da wird man sehen, ob das Ganze auf einem guten Weg ist. Das wird nicht ersetzt werden, sondern die Medizin wird sich natürlich nur verändern. Und sie wird sich, glaube ich, zum Guten verändern. Das ist das Schöne an dieser Vision. Es wird ganz viel Forschung, ganz viel Wissenschaft, ganz viel Technik, ganz viel Mathematik kommt und wird uns helfen, zu einer ganzheitlichen, menschlichen Medizin zurückzufinden. Weil eben die Technik all den Kram übernimmt, den sie besser kann als wir. Und das, was wir am besten können, uns unterhalten, uns zuhören, uns in die Augen gucken, da merken, Vibrations merken irgendwie. Das können nämlich Computer nicht. Das wird wieder zurückkehren in die Medizin. Das wird Freiraum erschaffen dafür. Genau, dafür wird es Freiraum sein. Und dann gibt es noch einen ganz trivialen Grund. Also je besser das alles irgendwann sein wird, je komplexer es ist, je komplexer ein System ist, und wir sind nun mal ein wahnsinnig komplexes System, desto weniger oder desto stabiler ist es. Und desto weniger wird es aus dem Gleichgewicht kommen, nur weil ein Element versagt. Bei so einem Flugzeug ist es halt ein in Wahrheit nicht sehr komplexes System und da muss nur ein wichtiges Element versagen, das Flugzeug stürzt ab. So funktioniert unser Leben ja nicht, sonst wären wir schon längst ausgestorben. Also wir sind ja so komplex, dass schon sehr dramatische Ereignisse erst auftreten müssen, damit wirklich was schief läuft. In deinem Buch nennst du ja verschiedene Bereiche, die einen großen Einfluss haben, auch auf die Gesundheit. Ein Bereich ist die genetische Veranlagung, die, glaube ich, häufig überschätzt wird. Du hast ja auch schon ein paar Bücher geschrieben, auch über das Thema Epigenetik. Ich würde trotzdem ganz gerne auf diesen Bereich Gentests nochmal zu sprechen kommen, weil der auch gerade im Gesundheits-Fitnessbereich gibt es halt immer mehr Produkte, die dann auch Empfehlungen abgeben. Vor zwölf Jahren habe ich meine Speichelprobe nach den USA geschickt, hier bei 23andMe analysieren lassen. Ich finde das ja ganz spannend. Ich kriege dann auch bestimmte statistische Auswertungen über diese Analyse. Zum Beispiel weiß ich jetzt, dass ich blaue Augen habe und höchstwahrscheinlich dunkelblonde Haare. Das wusste ich vorher auch schon. Aber ich weiß auch bei bestimmten Erkrankungen, ob ich dann, und das ist natürlich immer die Frage, ob man das überhaupt wissen will. Ich hatte mich dafür entschieden, dass ich halt bei bestimmten Erkrankungen ein erhöhtes Risiko habe, bei anderen halt ein niedrigeres Risiko als der Durchschnitt. Für mich ist das kein Drama, weil ich zu der Zeit, war ich mit 30, dachte ich, naja, dann kann ich ja jetzt mal so ein bisschen die Augen offen halten und gucken, was sind denn Risikofaktoren für diese Krankheit und kann ich die irgendwie absenken. Wie belastbar sind denn eigentlich solche Genuntersuchungen? Also was es zum Beispiel gibt, sind Ernährungsempfehlungen. Und da bekomme ich halt auch regelmäßig Fragen zu. Es gibt halt solche Gentests, die man machen kann und dann werden anhand des Genoms Ernährungsempfehlungen gegeben. Ist das seriös? Also das ist genau der Punkt. Also das ist einfach Humbug, weil Ernährung, wir haben es eben schon gehabt, 800 Menschen werden in der Studie untersucht. Jeder reagiert anders auf das, was er isst und was er trinkt, weil, und nicht etwa, weil die unterschiedliche Gene haben, sondern weil ihr System, ihr Körper, ihr Leben so anders ist, dass Ernährung auf sie so unterschiedlich wirkt. Und die Gene, in dem Fall geht es ja um den Text der DNA, also um die Genvarianten in Wahrheit, die ich von meinen Eltern geerbt habe, die erzeugen ja oder aus denen werden ja dann Proteine erzeugt, Enzyme, die die Ernährung vielleicht irgendwie umsetzen und die arbeiten vielleicht etwas unterschiedlich gut. Das hat einen Einfluss. Aber dieser Einfluss ist so verschwindend gering, wenn man eben eine Frage wie Ernährung anguckt oder Gesundheit. Gesundheit, Lebenserwartung sind ja die komplexesten Merkmale überhaupt. Und da wirken Gene immer nur in untrennbarem Zusammenspiel mit der Art, wie die Gene reguliert werden, also mit Einflüssen, die entscheiden, welches Gen wie viel abgelesen wird. Das ist viel wichtiger, als welche Genvariante ich geerbt habe. Zumindest, wenn es keine wirklich gefährliche Genvariante war. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Aber wenn ich ein gesunder Mensch bin, also ein Mensch, der keine Erbkrankheit hat, dann ist die Frage, wie ich auf etwas wie Ernährung reagiere oder auf etwas wie Sport anspreche, so komplex. Und sie betrifft dieses ganze System in mir. Und dass es nicht niemand aus der Analyse des DNA-Textes, also der Genvarianten alleine, seriöse Rückschlüsse ziehen kann. Das ist so, als wollte ich das Wetter vorhersagen und sagen, oh, da oben ist eine Wolke am Himmel, es wird wohl morgen ein Hurrikan hier sein. Das geht nicht. Und das ist dieser berühmte Schmetterlingseffekt. Der Schmetterling in China, der mit dem Flügel schlägt, der kann hier das Wetter beeinflussen. Und genauso ist es eben mit diesen hochkomplexen systembiologischen Dingen auch. Und wer es sich heute esse, kann so viele Dinge bei mir verändern, dass die Genvarianten, die ich geerbt habe, völlig egal sind. Das heißt aber nicht, dass Gentests unfug sind. Also das ist, im systembiologischen Kontext sind die Gene die Basis sozusagen. Das ist auch das, was am einfachsten zu messen ist. Und ich bin sicher, dass es eines Tages, das wird auch gar nicht mehr so lange sein, alle Menschen, am Anfang natürlich nur die, die es wollen, aber alle Menschen, schon vielleicht bevor sie geboren werden, aber spätestens direkt nachdem sie geboren werden, eine komplette Genomanalyse machen werden. Das wird in absehbarer Zeit nur noch 100 Dollar kosten. Und dann werden die Menschen einen Genpass haben. Und die verändern sich ja auch nicht. Der Text der Gene bleibt ja bis ins hohe Alter praktisch gleich. Der ist in all meinen Zellen praktisch gleich. Das heißt, das ist wirklich nur die absolute Basis. Das ist, wenn ich ein Auto nehme, irgendwie die Karosserie oder so. Oder beim Computer, es ist die Hardware, aber noch lange nicht die Software. Die geht jetzt in systembiologische Berechnungen natürlich immer mit ein, weil es natürlich schon eine Rolle spielt, welche Genvarianten ich habe. Aber du hast das Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, da ist eine Genvariante dabei, die ist hochgefährlich, die löst eine Erbkrankheit aus, Chorea Huntington oder familiären Brustkrebs. Ist ja eine relativ seltene Form von Brustkrebs, die aber streng erblich ist. Wenn so eine Genvariante dabei ist, dann würde man natürlich sofort reagieren und würde sagen, du musst wirklich aufpassen. Du hast ein hohes, hohes Risiko allein aufgrund deiner Genvariante. Und da muss man vielleicht was machen. Vielleicht wird man eines Tages sogar die Keimbahn verändern mit CRISPR-Cas-Methoden und diese Genevarianten komplett verhindern. Die, die wirklich lebensbedrohlich für die Menschen sind. Also das sagen selbst Ethiker heute, dass das nicht mehr ethisch verwerflich wäre, wenn es mit Sicherheit gelingen würde. Die Wissenschaft ist noch nicht so weit, das mit Sicherheit zu machen. Deshalb macht man es heute noch nicht. Aber könnte man es irgendwann mal ganz safe machen, würde man solche Gene wahrscheinlich verschwinden lassen. Und dann gäbe es die gar nicht mehr. Und die Krankheiten gäbe es nicht mehr. Das Problem ist nur, das sind nur ganz wenige Krankheiten. Sie sind unfassbar gefährlich, aber sie betreffen fast niemanden. Und deshalb ist auch Genanalysen für uns oft nicht sehr aussagekräftig. Also Experten sagen dann auch, du sagst, ja, du hast damals von 23andMe gesagt bekommen, dein Risiko, vielleicht einen Herzinfarkt zu bekommen oder übergewichtig zu werden oder Diabetes, ist um so und so viel Prozent höher als beim Durchschnitt Menschen. Genetiker sagen, ja und? Ich muss sie nur angucken. Ich muss wissen, ob sie rauchen, wie ihr Bewegungsverhalten ist, wie viel Alkohol sie trinken, wie viel sie schlafen. Und ich kann viel präzisere Vorhersagen über Diabetes oder Herzinfarktrisiko machen, als aus ihren Genen abgehen. Ohne die Genendaten zu kennen. Ohne die Gendaten zu kennen. Also bei diesen komplexen Dingen brauchen wir die Gendaten nicht wirklich, weil sie so wenig dazu beitragen. Und wenn, dann brauchen wir nicht die Analysen über einzelne wenige Genvarianten, aber das wird jetzt, glaube ich, zu speziell, sondern gibt es riesige Genanalysen, wo im Grunde die Genaktivität und die Varianten von 10.000 Genen zugleich eingehen, die nur minimalen Einfluss werden. Und die werden dann verrechnet. Und daraus kann man dann minimale Risiken ableiten. Das ist eine reine Korrelation. Man weiß gar nicht, ob das wirklich die Ursache dafür sind, für das Krankheit. Das kann nur irgendwie damit zusammenhängen. Also es ist eines von diesen unfassbar vielen Mustern, die dann so eine AI aus meinen Gesundheitsdaten herauslesen würde. Das heißt, die genetischen Daten sind dafür dann wichtig. Aber sie werden auf eine ganz andere Weise analysiert, als das heutige Firmen machen, die mir das heute verkaufen wollen. Und vielleicht doch das noch. Und sie werden natürlich immer im Zusammenhang und nie einfach aus dem Zusammenhang gerissen, analysiert. Das heißt, die meisten genetischen Daten machen nur einen Zusammenhang systembiologisch betrachtet. Und deshalb ist die Systembiologie auch so wichtig. Also im systemischen Zusammenhang mit Daten darüber, wie die Gene reguliert werden, was ich esse, wie viel ich schlafe, was ich für einen Lebensstil habe, wie ich aufgewachsen bin, ob ich als Kind traumatisiert worden bin oder nicht, ob meine Eltern mich lieb gehabt haben, ob ich schon als kleines Kind die ganze Zeit Limonade trinken durfte oder nicht. Und all diese Dinge, wie meine Organe aussehen und all diese Daten darüber, die fließen zusammen und wirken gemeinsam mit den genetischen Daten. Und dann habe ich einen digitalen Zwilling, der mir wirklich gute Vorhersagen darüber trifft, was ich essen soll und was besser nicht. Okay, das ist ja schon mal eine gute Nachricht dahingehend, dass ich mir solche Tests auf jeden Fall sparen kann, wenn es um meine Fitness geht. Ja, wenn ich da kurz reingrätschen darf. Wenn es um deine Fitness geht tatsächlich, aber für die Wissenschaft sind diese Daten natürlich von riesiger Bedeutung. Und wenn wir hier über die Visionen der Systembiologie reden und was die uns irgendwann in 10, 20 Jahren mal vielleicht bringen wird und wie weit sie uns ja auch heute schon hilft, ist das natürlich nun möglich gewesen, weil so viele Menschen, auch Firmen wie 23andMe, ihre genetischen Daten zur Verfügung gestellt haben. Diese Daten haben ihnen persönlich zwar gar nichts genutzt, aber sie sind anonymisiert der Wissenschaft zur Verfügung gestellt worden und haben die Wissenschaft unheimlich weitergebracht. Also sobald ich weiß, dass es eine Firma gibt, es gibt Ideen für solche Firmen, die meine Daten, meine Gesundheitsdaten so verwendet, dass ich selber beeinflussen kann, wofür sie sie verwendet. Also dass ich selber sagen kann, welche Wissenschaft damit betrieben wird und wo ich weiß, die verwaltet meine Gesundheitsdaten treuhänderisch und macht nichts mit den Daten, ohne vorher bei mir rückzufragen. Und wo ich vielleicht sogar sagen kann, gebt die doch jetzt mal an Wissenschaftlern, die Fragen beantworten, die für mich relevant sind. Solche Ideen gibt es für solche Datenverwaltungen. Wenn es die gibt, dann werde ich sofort auch meine genetischen Daten messen lassen, aber gar nicht so sehr für mich selbst als für die Wissenschaft. Ja, das war für mich damals tatsächlich auch ein Motiv, dass ich dachte, hey, ich tue damit was Gutes für die Wissenschaft. Auf der anderen Seite, 23andMe ist, meine ich, ein privates Unternehmen. Also das ist auch ein Risiko, was ich eingegangen bin und wo ich, oder viele Menschen, die dann sagen, nee, das ist mir zu heikel. Da möchte ich schon sehr genau wissen, was mit meinen Daten passiert. Gerade dieses Thema Datenschutz ist ja ein wichtiges Thema, das auch in den Jahren immer mehr in den Vordergrund bei uns gerückt ist und das ja gerade bei der Systembiologie entscheidend wichtig ist. Wie gehen wir denn damit um? Wie sieht denn die Lösung aus? Ja, also die Lösung habe ich natürlich auch nicht. Ich denke nur, es ist allerhöchste Zeit, sich diese Fragen zu stellen und konstruktive Ideen zu entwickeln und nicht die ganze Zeit nur Dystopien aufzubauen, Schwarzmalerei zu betreiben und zu sagen, die Zukunft wird ganz fürchterlich, weil wir werden dann irgendwann von Google, Amazon und Co. beherrscht oder unsere Krankenkassen diktieren uns, was wir tun sollen, unsere Politik nutzt die Daten, um uns zu unterdrücken. Diese Schwarzmalerei führt nicht zum Ziel, weil wir reagieren darauf immer, indem wir sagen, ja, es darf nicht passieren. Ich glaube aber, und das lehrt uns ja die Wissenschaft eigentlich seit der Steinzeit, dass diese Fortschritte, die ja eigentlich gut für uns sind, nicht aufzuhalten sind. Der Fortschritt ist an und für sich was Gutes, Wissenschaft ist was Gutes. Wir leben so unfassbar gesund, es geht uns so unglaublich gut. Wir haben überhaupt keine Vorstellung davon, die Menschen noch vor 100 oder 200 Jahren gelebt haben. Wenn wir das wüssten, würden, also, und genau deshalb glaube ich, all das, was ich beschreibe in meinem Buch, und das sind Prozesse, die werden kommen, weil sie per se gut für uns sind. Aber sie bergen natürlich riesige Gefahren. Und diese Gefahren, mit denen müssen wir uns auseinandersetzen, vor allem auch zum Thema Datenschutz und wer hat die Macht über meine Daten, wer verdient Geld mit meinen Daten. Damit müssen wir uns jetzt auseinandersetzen, damit wir darauf vorbereitet sind, wenn dieser Moment gekommen ist, wo diese Daten, im Grunde ist der Moment ja schon da. Im Moment sind wir völlig naiv, wir geben die Daten eben irgendwelchen privaten Firmen, die damit größtenteils machen können, was sie wollen. Wir können vielleicht noch dafür sorgen, dass sie anonymisiert werden und so, aber im Grunde verdienen andere mit unseren Daten Geld. Und das nehmen wir in Kauf, weil wir Komfort dafür bekommen. Und das darf so nicht weitergehen. So dürfen wir uns nicht mehr ausnutzen lassen. Das ist eigentlich auch jetzt schon eine falsche Entwicklung. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir selber entscheiden können, erstens, welche Daten werden von mir erfasst. Das muss ich immer selbst entscheiden dürfen. Dann muss ich sagen, wer bekommt die Daten? Dass die Daten 100% sicher vor Hackern geschützt werden und so, das ist sehr klar. Also inwieweit man das kann, ich bin da kein Experte, das kann ich nicht diskutieren. Aber das ist Grundvoraussetzung, sage ich mal. Also die Daten, es darf niemand fremdes Zugang zu den Daten haben. Ich muss entscheiden, wer die Daten bekommt und was der oder diejenige mit den Daten macht. Und da habe ich ja eben schon dieses Beispiel genannt, also diese treuhänderischen Firmen oder Genossenschaften. Das gibt es zum Beispiel in der Schweiz, eine Genossenschaft, die heißt MiData. In Finnland gibt es eine, die heißt FinData. Die machen genau das jetzt schon. Da kann man seine Daten hinschicken. Leider nur bisher Schweizer oder Finnen. Das soll aber ausgeweitet werden. Und die verwalten meine Daten. Und die fragen mich, bevor sie die Daten an jemanden rausgeben. Und die würden die auch nie an Firmen wie Google oder so rausgeben. Also selbst wenn ich das wollte, würden sie es vielleicht gar nicht mal tun. Aber sie geben sie der Wissenschaft. Und sie fragen mich aber dann hier, für die und die Studie, sollen deine Daten verwendet werden? Dann kann ich sagen, ja oder nein. Und in einem nächsten Schritt soll ich sogar sagen können, werde ich sogar gefragt, was willst du denn gerne, was mit deinen Daten erforscht wird? Und dann sage ich vielleicht, ja, wie komme ich schneller zu meinem Sixpack? Und dann, wenn das genug Leute auch fragen, dann gibt es vielleicht eine wissenschaftliche Studie, wie kommen Menschen schneller zu ihren Sixpacks? Und da stelle ich doch meine Daten gerne zur Verfügung. Und in einem nächsten Schritt ist eine Vision, die ist nicht von mir, sondern die ist von Ernst Hafen. Der war auch Präsident der ETH Zürich eine Zeit lang. Der ist Systembiologe. Und der hat diese Genossenschaft MiData gegründet. Der sagt, es wird in absehbarer Zeit DatenberaterInnen geben. So wie es heute auch schon FinanzberaterInnen gibt. Weil meine Finanzen, also ich meine, so viel Geld habe ich nicht, aber es ist trotzdem komplex. Und ich übergebe doch lieber Leuten, die sich damit auskennen, ein Stück weit die Verantwortung darüber. Und so wird es mit Daten natürlich auch sein. Ich kann nicht mich auch noch darum kümmern, was mit meinen Daten passiert. Die Daten sind unfassbar viel Geld wert. Und sie werden noch viel, viel mehr Geld in Zukunft wert sein. Und das heißt, ich kann dem Datenberater gehen und kann dem sagen, hier siehst du, das sind meine Daten, die ich so eingebe. Jetzt mach was draus. Und dann kann ich dem Datenberater sagen, mach, dass ich möglichst viel Geld damit verdiene. Oder ich kann ihm sagen, mach, dass ich ein Sixpack bekomme. Oder ich kann ihm sagen, mach, dass es den Menschen in den armen Ländern besser geht. Dass vielleicht mal mehr Krankheiten erforscht werden, die Menschen in armen Ländern betreffen. Oder dass man nachdenkt darüber, wie Menschen in armen Ländern mehr Bildung bekommen. Wie weniger Kinder dort sterben. Und all das kann ich selber festlegen. Und mein Datenberater, meine Datenberaterin wird dann die Daten so verwenden, dass dieses Ziel erfüllt wird. Das ist so eine, wie ich finde, extrem positive Vision. Und ich glaube, das macht auch sehr viel Sinn. Die Analogie zum Geld ist, glaube ich, auch ganz gut. Weil Geld ist ja auch fiktiv. Daten kann ich nicht sehen. Geld, okay, wenn es ausgedruckt ist sozusagen, als Geldschein, dann kann ich es sehen. Aber ansonsten ist es ja auch nur eine Idee. Und wenn wir mit dieser Folge schon und du mit deinem Buch definitiv ja auch schon was dazu beitragen, weil du hast ja ein ganzes Kapitel auch über das Thema Datenschutz, dass Menschen dafür sensibilisiert werden. Und zum Beispiel wusste ich noch nicht, dass es überhaupt schon diese Organisationen gibt, die in diese Richtung denken. Dann wird sich die Welt auch in diese Richtung verändern. Also das sind ja positive, Aussichten. Und das ist nämlich auch eine Ansicht, die ich mit dir teile. In der Presse wird halt ganz viel schwarz gemalt. Und sicher ist es auch wichtig, über die Risiken zu sprechen. Also ich will das nicht verteufeln. Ich möchte nur auch eine Lanze brechen für die ganzen Chancen, die sich da ergeben. Und über die, finde ich, häufig nicht ausreichend gesprochen wird. Ja, sehe ich ganz genauso. Vor allem, also was zum Beispiel auch ganz wichtig ist natürlich, dass man die Rahmenbedingungen definiert. Da ist dann auch die Politik gefordert. Dass die Politik sagt, aufgrund seiner Daten darf niemand diskriminiert werden. Und dass sie auch sagt, die Daten dürfen eben nicht vielleicht von Krankenkassen verwendet werden. oder und solche Sachen. Das sind, da müssen einfach dann ganz knallharte Gesetze formuliert werden und gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen werden. Und das ist Aufgabe der Politik. Und dass eben nicht sowas passiert, wie jetzt natürlich in China zum Beispiel abläuft. Das ist völlig klar. Das kritisiere ich auch. Das kann nicht die Zukunft sein. Aber das ist genau das, was wir jetzt aktiv ja in den nächsten Jahren gestalten können. Weil die Frage wird immer, immer wichtiger für uns. Ich glaube, das ist auch so ein Zeichen unserer Zeit, ist der Begriff Selbstoptimierung. Letztendlich geht es ja in diesem Podcast auch um Selbstoptimierung, hinsichtlich des eigenen Körpers zumindest. Ein Einwand, der häufig kommt, ist, Mensch, das ist doch alles, wirkt irgendwie zwanghaft. Müssen wir denn wirklich uns immer selbst optimieren? Müssen wir immer das nächste, höhere, bessere Level erreichen? Ist das nicht alles ein bisschen zu viel? Vergessen wir das Leben dabei? Was hast du denn dazu? Ja, ich kann die Kritik ein Stück weit nachvollziehen. Aber ich glaube, es ist ein bisschen nicht bis zu Ende gedacht, die Idee. Nee, weil Optimierung, es ist so wie vorhin, wo es darum ging, macht uns das denn Spaß überhaupt noch? Wenn wir, zum einen kann ich natürlich sagen, es kann mir Spaß machen, mich zu optimieren. Das ist das eine. Aber es kann natürlich, ist völlig berechtigt, dass andere Menschen sagen, das macht mir aber keinen Spaß. Dann würde ich sagen, dann ist aber nur das Ziel falsch definiert. Dann muss ich mir halt ein Ziel suchen, was mir Spaß macht, auf das ich mich dann doch irgendwie hin optimiere. Und das Ziel kann ja auch sein, ich möchte aber doch gerne möglichst jeden Abend eine Flasche Rotwein trinken, dabei aber keinen Body Mass Index über 35 bekommen oder so. Also es ist halt, und dann ist es zwar auch eine Form von Optimierung, aber vielleicht eine Form von Optimierung, wo jemand, der da ein bisschen Angst hat, besser mit umgehen kann. Das heißt, es geht vor allem auch ein bisschen um Ehrlichkeit zu sich selbst. Und es ist wieder dieses Freiheitsthema. Ich muss natürlich frei sein. Und dann, wenn ich aber ein Ziel habe, ein klares Ziel vor Augen, dann, was bitte schön ist, dann verkehrt daran, möglichst gut und mit den optimalen Informationen auf dieses Ziel hinzuleben. Ich kann ja auch, und dann muss ich natürlich immer die Möglichkeit haben, das Ziel auch zu ändern. Wenn ich merke, das funktioniert so nicht oder das macht mir so eben, diese Art von Optimierung macht mir dann doch keinen Spaß, dann ändere ich halt meine Ziele. Das muss natürlich immer möglich sein. Das ist das eine, was ich denen... Also Optimieren ist etwas zutiefst Menschliches. Es ist etwas zutiefst Biologisches. Und man kann nicht sagen, du bist in diesem... Also ich horche mal auf, wenn jemand von dem unmenschlichen Optimierungswahn redet, weil das ist ein Widerspruch. Optimierungswahn ist das zutiefst natürlichste, biologischste, menschlichste, was es gibt, weil wir sind von der Evolution her darauf getrimmt, uns zu optimieren. Ich habe es ja diese... Ganz am Anfang unseres Gesprächs haben wir über die Definition von Gesundheit gesprochen. Gesundheit ist die Fähigkeit, sich anzupassen. Und was bitte schön ist Anpassung anderes als Optimierung? Und was ist Evolution anderes als permanente Anpassung an die Umwelt über Selektion und Mutation und so weiter? Und wir wären ja nicht, wo wir wären, wenn wir nicht in vier Milliarden Jahren optimiert worden wären zu einem Wesen, vor dem wir jetzt Angst haben können, weil es den Planeten vielleicht zerstört. Aber im Grunde hat diese Optimierung schon zu etwas ziemlich Wunderbarem geführt, nämlich den Menschen. Und nichts anderes mache ich jetzt weiter, wenn ich mithilfe der Systembiologie versuche, mich selbst noch ein bisschen mehr in die Richtung zu bringen, wo ich gerne wäre. Und das ist für mich nur die Fortschreibung eines zutiefst natürlichen Prozesses. Und deshalb finde ich Optimierung auch was so betrachtet, was absolut Natürliches und nichts Künstliches. Und deshalb auch nichts, wovor wir Angst haben müssen. Also das wichtige Thema ist ja wirklich, es fängt halt mit dem Ziel an. Gut, Ziel impliziert schon, dass ich irgendwas optimieren möchte. Genau. Sonst muss ich mir ja kein Ziel setzen. Ja, aber vielleicht auch ganz wichtig, das Ziel muss ich selber definieren. Das Ziel darf nicht meine Krankenkasse oder darf nicht die Politik definieren. Das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, viele, die Angst vor Optimierung haben, die haben in Wahrheit Angst davor, dass ihnen andere vorschreiben, wie ihre Optimierung auszusehen hat. Und das stimmt. Das ist etwas zutiefst Verwerfliches. Peter, du hattest eingangs den Begriff Alterung ins Spiel gebracht. Im Buch schreibst du auch, eine Möglichkeit, Krankheit zu definieren, wäre auch über die Alterung, wenn ich das richtig wiedergebe jetzt. Was ist denn eigentlich Alterung? Warum altern wir Menschen? Ja, also darauf gibt es auch verschiedene Antworten natürlich. Es gibt eine ganz biologische. Das ist wahrscheinlich, dass es eine epigenetische Uhr gibt in uns drin, in unseren Zellen, die einfach wie ein Programm abläuft und uns altern lässt, die man übrigens mithilfe der Systembiologie natürlich sehr viel besser erfassen kann. Man kann diese Uhr schon messen. Und das werden ganz wichtige Daten sein für die Systembiologie. So einen Test habe ich zum Beispiel auch mal machen lassen. Der hat mir gezeigt, dass ich langsamer alter als der Durchschnitt. Also biologisch gesehen fünf Jahre jünger bin, als auf Impasse steht. Wie macht man so einen Test? Kann ich das auch machen? Das kannst du auch machen. Den kann man in der Apotheke, glaube ich, kaufen oder ich weiß nicht, zumindest im Internet. Ist relativ teuer. Aber der misst nicht die Gene selbst, die Genvarianten selbst, sondern er misst epigenetische, nebengenetische Schalter, Dimmer, die an den oder neben den Genen sitzen und beeinflussen, welche Gene abgelesen oder von den Zellen benutzt werden können und welche nicht. Und interessanterweise wird das eben von der Umwelt beeinflusst. Also anders als der Text der Gene hat mein Lebensstil, meine Umwelt und eben all diese systembiologischen Dinge, die auf mich einwirken, die können tatsächlich diese epigenetischen Schalter verändern und sie können dafür sorgen, dass Dinge, also auch Schalter, die systematisch mit dem Altern sich verändern, dass die sich langsamer oder schneller verändern. Und es gibt inzwischen eine riesige Fülle an Hinweisen, dass da über die Art sogar das Altern selbst gesteuert wird. Und hier kann man jetzt tatsächlich messen, dass eben Menschen, die viel laufen oder viel meditieren oder darauf auf eine gesunde Ernährung achten, dass solche Menschen unter Umständen langsamer altern als andere Menschen. Das heißt, sie sind biologisch jünger. Das hat man immer schon, das biologische Alter hat man immer schon irgendwie versucht zu messen mit dem Händedruck, der feste des Händedrucks oder wie viele Liegestützen man machen kann oder dann gab es auch diese berühmten Telomeren, mit denen man das halbwegs gut messen konnte. Aber die epigenetischen Strukturen, die messen offensichtlich genau das Richtige, nämlich da, wo das Altern auch passiert. Und die sind unfassbar genau im Vergleich inzwischen auf bis zu plus minus 1,6 Jahre genau, was sehr, sehr, sehr genau ist. Und ja, diesen Test kann man machen. Und ich habe zum Beispiel gelernt, okay, dass ich vielleicht zu viel Sport und von klein an viel Sport in meinem Leben gemacht habe, hat vielleicht dazu beigetragen, dass ich offensichtlich langsamer Alter, was natürlich auch hochgerechnet heißt, dass meine Lebenserwartung wahrscheinlich auch überdurchschnittlich ist. Und wenn ich jetzt ungefähr 10 Prozent langsamer Alter als der Durchschnitt, dann ist vielleicht auch, vielleicht, ich kann ja auch vor das Autorennen oder Krebs kriegen, aber vielleicht auch meine Lebenserwartung, wenn es so weitergeht, 10 Prozent höher als der Durchschnitt. Und das ist schon super interessant. Und das zeigt, wie eben dieser Fortschritt der biologischen Daten überall in diesem, dieses System immer besser werden lässt und mir immer genauere Daten liefert. Und jetzt komme ich zurück zu deiner Frage nach der Alterung. Ich würde ganz gerne nochmal reingrätschen. Jetzt hast du mich ja total neugierig gemacht. Ich kriege diesen Test in der Apotheke oder im Internet. Wie heißt der denn nicht, dass ich da irgendwas Falsches kaufe? Also Epigenetic Age Test heißt der, glaube ich. Ich meine, 23andMe macht sowas inzwischen auch. Aber du kannst es in Deutschland über die Firma Seragene beziehen. Und die findest du im Netz auch ganz leicht. Ansonsten kann ich dir auch einen Link zu einem Artikel von mir geben, wo ich über meine eigenen Erfahrungen mit dem Test berichtet habe und wie der genau funktioniert. Und da ist es natürlich dann auch verlinkt wiederum zu der Firma, die das macht. Verlinke ich gern, ja. Dieser Test misst sozusagen, wie ich alter. Und ich sage aber auch, weil er sozusagen ja auch zeigt, wie mein Lebensstil und viele andere Faktoren auch, vielleicht auch genetische Faktoren oder sicher sogar auch genetische Faktoren, wie die wiederum auf mein Alter in Einfluss nehmen. Er misst meine Gesundheit. Weil das ist ja das, da sind wir bei der Definition von Gesundheit. Ich würde sagen, Gesundheit ist nicht das Gegenteil von Krankheit, aber es ist sehr wahrscheinlich am ehesten das Gegenteil von Altern. Und da kann man auch streiten, ist es jetzt Fitness oder Gesundheit das Gegenteil von Altern. Aber bleiben wir mal beim Gesundheitsbegriff. Und dann nämlich, je älter ich werde, je mehr dieses Programm in meinen Zellen, nämlich im größten Teil auch teilweise Gene runterfährt und Gene abschaltet, desto mehr verliere ich die Fähigkeit, auf ändernde Umweltbedingungen zu reagieren, weil ich auch teilweise gar nicht mehr die Gene dafür habe. Die sind nicht mehr aktivierbar. Und insofern passt es sehr, sehr gut. Ich verliere Anpassungsfähigkeit, in dem Fall rein biologisch, rein genetisch sogar gesehen, aber ich verliere sie und deshalb werde ich älter. Und in einem größeren Ganzen kann man das natürlich dann übertragen auf, was ich für meine Gesundheit tue, das lässt mich ja langsamer altern. Und darüber kann ich auch am ehesten meine Gesundheit messen. Und deshalb würde ich sagen, passt dieses Paar sehr gut, Altern und Gesundheit. Als Gegensatzpaar zu nehmen. Was weiß man denn bisher darüber, was das Altern bremst? Ja, also das wird natürlich jetzt mithilfe dieser epigenetischen Uhr. Steve Horvath war der Erste, der es erfunden hat. Er ist in Deutschland aufgewachsen, ist auch zur Hälfte, glaube ich, deutsch, aber er lebt jetzt in den USA. Steve Horvath hat diese Horvathsche Uhr, der hat die erste epigenetische Uhr sozusagen ermittelt. Auch ein Algorithmus, auch wieder einfach ein im Grunde systembiologisches Verfahren. Nämlich er hat einfach nur versucht, einen möglichst simplen Algorithmus zu finden, wo man an wenigen Stellen über die Regulation der Gene messen kann, wie alt ein Mensch ist. Es ist im Grunde auch Systembiologie. Und dieses Verfahren kann man jetzt natürlich anwenden und messen, was passiert mit Menschen, wie schnell altern sie, je nachdem, wie sie leben. Oder was sie auch für Medikamente nehmen und so weiter. Und da gibt es tatsächlich Hinweise, ganz spannende Studien, die gemacht worden sind. An fast allen von diesen Studien ist Steve Horvath irgendwie beteiligt. Also der wird vielleicht dafür auch einen Nobelpreis kriegen. Also ich würde ihm den sofort geben, weil das, also er misst Gesundheit. Und das ist unfassbar, das zu können. Und zum Beispiel eine Studie, wo Menschen irgendwie, ich möchte die Mittel jetzt gar nicht nennen, weil es ist, aber wo sie tatsächlich innerhalb von einem Jahr, wo sie diese Mittel genommen sind, ein Jahr jünger geworden sind biologisch. Das heißt, ich glaube, in anderthalb Jahren sind sie ein Jahr jünger geworden. In Wahrheit haben sie sich also um zweieinhalb Jahre verjüngt, weil sie sind ja eigentlich um anderthalb Jahre älter geworden in der Zeit. Aber ihre biologische Uhr hat sich sogar zurückgedreht und sie waren ein Jahr jünger als zu Beginn biologisch gesehen der Studie. Es war so eine kleine Studie, dass ich, aber dass ich jetzt wirklich da, also es wurden, Wachstumshormonen wurde gegeben, es wurde versucht, die Thymusdrüse wieder zum Leben zu erwecken, die ja bei älteren Menschen irgendwann ihren Geist aufgibt, was aber auch gar nicht wichtig ist. Aber die Idee war, dass da vielleicht doch manche Dinge dabei sind, die wirken. Also, aber um zum Beispiel diese, um negative Effekte, weil manche Mittel, die gegeben wurden, sind, die auch Diabetesrisiko massiv erhöhen, wurden auch Medikamente zur Vorbeugung vor Diabetes gegeben, Metformin zum Beispiel. Und Metformin, weiß man jetzt ganz genau, ist ein Stoff, der wohl sehr, sehr wahrscheinlich unser Altern bremst. Also, dann gibt es aber noch viele, viele andere Stoffe, die vielleicht dieses Potenzial haben, es gibt auch Wissenschaftler, die nehmen das schon im Selbstversuch, aber niemand, der seriös ist, empfiehlt, das Menschen einfach so zu nehmen. Deshalb bin ich da sehr zurückhaltend, weil ich glaube auch, regelmäßig laufen, nicht zu viel essen, also darauf achten, dass man nicht übergewichtig wird, nicht rauchen natürlich, also und nicht zu viel Alkohol trinken und ausreichend schlafen, hat viel, viel mehr Effekte als diese Medikamente. Und deshalb sage ich, dann mach das doch einfach. Und das ist bewiesen, das ist in großen epidemiologischen Studien bewiesen und es gibt laufen derzeit viele kleine Studien, die zeigen, dass auch diese Dinge Effekt auf die epigenetische Uhr haben. Es gibt eine zum Beispiel, die gezeigt hat, dass Menschen, die schon seit langer, langer Zeit regelmäßig professionell meditieren, dass die wohl tatsächlich langsamer altern als andere Menschen. Aber Epigenetik ist sehr teuer und man muss immer lange Zeiträume betrachten, bis diese Effekte vielleicht wirken. Und deshalb ist genau das der Punkt, wo ich denke, da wird uns als Bestandteil der Systembiologie, wird uns das in einigen Jahren helfen. Aber bis dahin müssen wir noch ein bisschen Geduld haben, bis all diese Studien, die derzeit laufen, noch rauskommen. Ich musste gerade daran denken, Menschen, die gläubig sind, die in die Kirche gehen oder irgendeinem anderen Glauben anhängen, die leben ja durchschnittlich auch länger, ich glaube, ein oder zwei Jahre. Beten ist ja vielleicht auch sowas wie Meditation. Siehst du da eine Parallele? Absolut, natürlich. Also letztlich, biologisch gedacht, geht es um Stress und Stress lässt uns altern, das ist völlig klar. Also toxischer Stress. Gelegentlicher Stress ist überhaupt kein Problem, aber Stress, der nicht immer wieder runterfährt und Stress ohne Pausen, ohne Abschalten, ohne ausreichend Schlaf. Also toxischer, giftiger Dauerstress, der ist eins der größten Gifte unserer Zeit, der lässt uns dramatisch schneller altern, das ist auch längst belegt, das kann man auch an den Telomeren messen, also mit der epigenetischen Uhr kann man es aber auch messen und man kann es einfach auch bei den Menschen direkt messen. Und Dinge wie beten, in die Kirche gehen, einen Gottesdienst besuchen, runterkommen, ausreichend schlafen, meditieren, aber auch joggen zum Beispiel. All diese Dinge helfen mir ja, in meinem Leben Entspannungsphasen einzubauen. Sie helfen, meinen Stresslevel für eine gewisse Zeit abzusenken. Und das ist unheimlich wichtig für das Stressreaktionssystem, für diese ganze, die Wissenschaftler, die Psychologen sprechen von der Stressachse. Und das ist auch sehr, sehr gut untersucht. Dass es wichtig ist, diese Stressachse, dass die immer gut noch funktioniert. Dass ich nicht nur gut mit Stress auf Anforderungen reagieren kann, sondern auch sehr schnell wieder Stress abbauen kann. Wenn das gut funktioniert, dann alter ich auch langsamer. Das ist völlig klar, das ist absolut belegt. Und da hilft eben sowas wie meditieren, beten. Du schreibst in einem Kapitel auch vom Genforscher David Sinclair, der eben Ergänzungsmittel nimmt jeden Tag. Unter anderem eben auch das von dir genannte Metformin, der nimmt auch zusätzlich Aspirin jeden Tag. Vitamin D, gut zu Vitamin D hatte ich schon häufiger was hier im Podcast gemacht. Resveratol, das ist halt der Stoff, der auch im Weintrauben drin ist oder im Rotwein. Den kann man auch separat als Ergänzungsmittel nehmen. Und noch einen Stoff, der NMN heißt, Nikotinamid Mononukleotid. Das, wie gesagt, ist in deinem Buch beschrieben. Und das ist ein renommierter Wissenschaftler. Kann mir jetzt vorstellen, also auch gerade aus meinem Bekanntenkreis, da gibt es auch jemanden, der hat gerade sein Buch, also das Buch dieses Wissenschaftlers gelesen und hat mich jetzt gefragt, Mensch, wo kriege ich denn dieses NMN her? Wie sinnvoll ist das denn jetzt, diese Kombination einzunehmen? Du hast da eben schon ein bisschen was zu gesagt, ich wollte trotzdem nochmal nachfragen. Ja, also David Sinclair ist wirklich ein sehr seriöser Wissenschaftler, der macht sensationelle Alterungsforschung, ist auch einer der besten und bekanntesten Alterungsforscher. Aber er selbst schreibt in seinem Buch, dass er das niemandem empfehlen würde, es ihm nachzutun, weil es wissenschaftlich nicht belegt ist. Er nimmt es zwar im Selbstversuch, er redet dann auch, was ich auch etwas unseriös finde, von seinem Vater, dem das angeblich auch hilft. Also das finde ich total unwissenschaftlich, sowas einfach mal so zu schreiben in so einem Buch. Aber er sagt ganz klar, er will das niemandem empfehlen, das ihm nachzutun. Und man muss dazu wissen, er macht ja auch noch sehr viel mehr. Er isst regelmäßig, macht er sowas wie Intervallfasten, lässt das Mittagessen aus. Er sorgt regelmäßig für fast schon Unterkühlung, also er friert gerne. Er achtet auf seinen Schlaf, er trackt auf seinen Schlaf. Er schaut auch, wie ist die niedrigste Herzfrequenz in meinem Schlaf gewesen. Er versucht zu laufen, so viel es geht. Also er ist jetzt nicht so ein Sportler, denke ich, wie wir. Dafür hat er einfach keine Zeit als vielbeschäftigter Wissenschaftler. Aber er sagt schon ganz klar, er nimmt immer die Treppe statt des Fahrstuhls und jede Gelegenheit. Also er achtet schon auf seine Schritte, denke ich, garantiert. Es schreibt er selbst, dass das wahrscheinlich die wichtigeren Dinge sind. Und worauf er eigentlich hinaus will in seinem Buch, ist, dass eben diese epigenetische Kontrolle des Alterns, von der wir vorhin ja schon sprachen, und all diese Dinge, die er nimmt und die er tut, die wirken alle auf irgendeine Weise auf diese epigenetische Uhr. Auch dieses NM, A, M, D oder ich weiß gar nicht, wie es genau heißt. Ich müsste jetzt auch selber nachgucken, wo es genau greift. Aber ich glaube, ich bin ziemlich sicher, es greift, es unterstützt bestimmte Enzyme, den Aufbau der Bildung von diesen Enzymen, die wiederum der epigenetischen Uhr helfen, besonders gut zu funktionieren. Und so ähnlich ist es mit all diesen Substanzen. Es gibt teilweise auch nur Theorien, wie sie wirken, aber immer wieder geht es darum, die epigenetische Uhr aufzuhalten, zu bremsen. Und auch das Resveratrol, was übrigens, wenn man es mit Wein in ausreichenden Mengen kriegen wollte, müsste man 20 Flaschen Wein jeden Abend trinken. Also auch das Resveratrol, das wirkt auf epigenetische Enzyme, ist sehr gut untersucht, die eben auch diese epigenetische Uhr bremsen können. Also all das, und das tut eben, aber genauso wie wahrscheinlich auch Metformin, was ja ein Diabetes-Medikament ist, oder eben auch dieses Resveratrol, genauso wirkt auch Fasten. Und genauso wirkt auch, wenn ich heute Morgen 14 Kilometer laufen war. Das wirkt alles auf genau den gleichen biologischen Kanal. Und dann nehme ich doch lieber immer die Lebensstilmaßnahme und nicht das Medikament, weil die Lebensstilmaßnahme hat definitiv weniger Nebenwirkungen. Ich meine, im Prinzip ist ja ein langer Lauf auch sowas wie Fasten. Natürlich. Also ich kann ja sozusagen einen halben Tag rumsitzen, nichts essen und ich sitze nur. Oder ich habe einen kürzeren Zeitraum, bewege mich und bringe meinen Stoffwechsel in die gleiche Situation, dass halt Energie fehlt. Genau so ist es. Also das ist, letztlich geht es auch hier wieder um Stress, auch mit dieser Abkühlung. Aber in dem Fall ist es wahrscheinlich eher eine positive Art von Stress. Und die Idee dahinter ist tatsächlich, dass wir in unseren Zellen in Langlebigkeitsprogramme umschalten können. Dass es also einen ganz tief liegenden Mechanismus in unseren Zellen gibt, umzuswitchen in ein anderes Programm, das dafür sorgt, dass wir länger leben. Und das wird immer dann angeschaltet, wenn die Lebensbedingungen eher schlecht sind. Wenn es wenig zu essen gibt und wenn wir ansonsten auch frieren und es kalt haben. Also wenn es einfach und wenig schlafen auch. Also all diese Dinge, die uns Stress machen, die sorgen dafür, dass unsere Zellen unter Umständen sagen, es ist im Moment schlecht für dich aktiv zu sein. Fahr dich lieber mal runter. Also schalt auf Langlebigkeit um. Wir wenden jetzt ganz viel Energie auf, Krebs zu bekämpfen, Entzündungen zu bekämpfen. Und das sorgt für ein langes Leben. Das hat man auch in Tieren inzwischen sehr, sehr gut untersucht. Und auf den ersten Blick wirkt es verwirrend. Weil man sagt, das sind ja ungesunde Sachen. Ich darf doch nicht frieren, dann hole ich mir eine Erkältung. Oder ich darf doch nicht weniger schlafen. Das erhöht doch das Risiko für ganz viele andere Krankheiten. Es geht hier tatsächlich um so einen ganz moderaten, schwachen Stress. Um eben gelegentliches Fasten. Auf keinen Fall darf das zu einer Magersucht ausatmen. Es darf nie zu einer Mangelerscheinung führen. Und auch der Schlaf. Vielleicht mal ein bisschen weniger schlafen. Das ist noch das Schwierigste an dem ganzen Ding. Es darf nie einen ungesunden chronischen Schlafmangel ausatmen. Beim Frieren ist es schon leichter. Also ich darf mich halt nicht immer zu warm anziehen. Sondern sollte vielleicht auch mal mich ein bisschen kühler anziehen. Also der Sinclair macht das bewusst. Ich mache das zum Beispiel nicht. Beim Schlaf mache ich auch gar nicht. Ich versuche immer so viel wie irgendwie zu schlafen. Aber dieses viel Sport machen, viel bewegen und immer mal aber auch darauf achten, nicht zu viel zu essen, das mache ich sehr intensiv. Und achte natürlich darauf, da nie in eine Mangelsituation zu bekommen. Aber das ist auch der am besten untersuchte Weg. Auf den wirken eben auch teilweise diese Medikamente ein. Man nennt das ja auch Kalorienrestriktion. Ist der Fachbegriff dafür. Und das ist auch am allerbesten von all diesen Dingen untersucht. Dass das bei eigentlich allen Tierarten, wo man danach gesucht hat, auch sogar bei Affen, nachweislich die Lebenserwartung erhöht. Ja, ich habe vor mir dein Buch liegen, die Vermessung des Lebens. Peter, ich habe es durchgelesen vor diesem Podcast, sind 350 Seiten. Das Thema Systembiologie steht hier im Zentrum. Also auch all das, über das wir heute gesprochen haben. Ich bin echt beeindruckt, weil ich nicht erwartet hatte, dass so ein wissenschaftliches Thema, dass man das halt so fluffig aufbereiten kann, dass man das einfach so wegliest. Also ich konnte tatsächlich nicht mehr aufhören mit dem Lesen. Deswegen jedem, der jetzt zuhört und sagt, Mensch, das finde ich ganz interessant, worüber ihr redet. Und vielleicht auch mal ein bisschen in die Zukunft zu gucken, wo das Ganze wohl hinlaufen wird. Hoffentlich auch hinläuft, denn es gibt da, glaube ich, ganz viele Chancen. Auch für unsere Gesundheit, vor allem für unsere Gesundheit, aber eben auch für unsere Fitness. Und in Zukunft wird es vielleicht dann wirklich so sein, dass wenn ihr mal sagt, Mensch, ich möchte gerne eine athletischere Figur haben. Dass das alles ein bisschen leichter ist, so wie es eben heute auch viel leichter geworden ist, mit einem Navi im Auto von A nach B zu kommen. Vor allen Dingen im Urlaub, jeder von uns kennt das. Man ist in einem fremden Land, kennt sich überhaupt nicht aus und haltet einfach mal das Navi ein und hat halt einen Stressfaktor weniger und kann dann die Reise viel besser genießen. Darum geht es in dem Buch. Link packe ich auch noch mal in die Shownotes. Das Buch ist gerade erschienen. Eine Frage habe ich zum Schluss noch mal an dich, Peter. Was war denn eigentlich deine Motivation, dieses Buch zu schreiben? Oder vor allen Dingen auch dein Ziel? Was möchtest du damit erreichen? Also natürlich wie immer möchte ich die Menschen erreichen, möchte den Menschen Wissenschaft erklären. Ich komme aus der Wissenschaft, aber mache seit 30 Jahren eigentlich nichts anderes, als den Menschen klarzumachen, Wissenschaft ist gut. Und ihnen zu erklären, wie diese komplexe, schwierig erscheinende Wissenschaft doch eigentlich ganz einfach zu begreifen ist. Also das ist immer mein Antrieb. Und die Systembiologie ist, glaube ich, tatsächlich derzeit die wichtigste Wissenschaft überhaupt. Die wird uns auch am meisten verändern, weil sie eine Synthese aus diesen Bereichen bildet, die uns derzeit so verändert. Den riesigen Fortschritten der Biotechnologie, den riesigen Fortschritten der Computertechnik und den riesigen Fortschritten der Datenerfassung und Datenverarbeitung. Das und all diese drei Dinge, wo sich im Moment am meisten tut, die beeinflussen die Systembiologie. Und das ist im Grunde die Schnittstellenwissenschaft aus diesen drei Bereichen. Und deshalb, ich glaube, es hat halt nur noch keiner gemerkt, ist die Systembiologie die Wissenschaft der Zukunft. Und die uns in den nächsten vielleicht sogar 50 bis 100 Jahren total beschäftigen wird. Und deshalb bin ich auch froh, es ist das erste Buch in Deutschland definitiv und weltweit wahrscheinlich auch, das sich allgemeinverständlich mit der Systembiologie beschäftigt. Und deshalb bin ich auch wahnsinnig stolz natürlich darauf. Und jetzt fragst du mich, das als Antwort auf die Frage, was war die Motivation dafür? Als Antwort auf die Frage, wie bist du darauf gekommen? Warum? Da muss ich sagen, ich habe ja schon mal ein erstes populärwissenschaftliches Buch zu einem Zukunftsthema geschrieben. Das war vor jetzt inzwischen fast zwölf Jahren zur Epigenetik, damals mit dem Buch Der zweite Code. Das war ein Riesenerfolg, bis heute ist es ein Riesenerfolg. Ich habe dann noch ein zweites Buch zur Epigenetik geschrieben, was mehr die Bedeutung für die Gesundheit dann aufgreift. Auch ein Riesenerfolg. Und es war immer die Frage, gibt es nicht so ein ähnliches Thema, also was uns in der Zukunft so prägen wird, so verändern wird und zudem es aber noch gar kein Buch gibt. Und da war mir relativ früh klar, das wird die Systembiologie sein. Das war so vor zehn Jahren mir schon klar, aber vor zehn Jahren wäre es definitiv noch zu früh für dieses Buch gewesen, weil die Systembiologie noch nicht so weit war. Aber jetzt allmählich ist die Systembiologie so weit, sie verändert unser Leben schon heute und deshalb habe ich gesagt, jetzt muss das Buch raus. Ja, wir sind am Ende. Danke Peter für deine Zeit und die vielen spannenden Infos. Wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen möchte, wo findet sie oder wo findet er dich denn am besten? Im Internet überhaupt kein Problem, einfach Peter Spork googeln. Also dann ist man sofort auf meiner Website, peterspork.de. Da gibt es Infos zu meinen Büchern, zu meinen Vorträgen. Es gibt auch Podcasts, auch Fernsehauftritte, Radiovorträge, alles Mögliche. Und wenn man dann noch mehr über das, was ich schreibe, erfahren möchte, dann gibt es bei einer neuen Genossenschaft von Wissenschaftsjournalisten und auch internationalen Journalisten, freiberuflichen Journalisten. Die heißt Riff Reporter, ist ein Riesending, ist eine ganz tolle Sache. Da bin ich auch Mitglied und habe mein eigenes Magazin, ein Online-Magazin Erbe und Umwelt. Und da schreibe ich auch im Zeitungsartikel, also im Magazinartikel über all diese Themen. Gibt es natürlich auch was über Systembiologie zu lesen. Und da muss man einfach nur Riff Reporter, Erbe und Umwelt googeln, dann hat man das auch ganz schnell. Also wie das Riff, mehr und dann Reporter. Sowieso deine Kontaktdaten, die sind alle wie immer in den Shownotes. Auch zum Abschluss nochmal die Frage, mich würde mal interessieren, wie denkst du denn zum Thema Systembiologie? Was kommen dir für Gedanken, wenn du uns so zuhörst? Vielleicht auch, wenn du das Buch schon gelesen hast, geh gern in die Shownotes, schreib einen Kommentar. Ist ein neues Thema schon in den Medien, das hoffentlich jetzt auch durch dein Buch viel mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und du hast das letzte Wort, Peter, wenn du auf den Smartphones der Menschen da draußen oder den Smartwatches eine Nachricht aufpoppen lassen könntest. Was steht denn da drauf? Beweg dich. Und hier nochmal der Sponsor. Diese Folge wurde dir präsentiert von Athletic Greens. Athletic Greens ist das grüne Pulver, mit dem ich morgens in den Tag starte und das Ganze schon seit sieben Jahren. Ich empfehle nicht allzu viele Nahrungsergänzungsmittel, aber das hier ist eins, was zu meinen Basisempfehlungen gehört. Enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, viele sekundäre Pflanzenstoffe und andere gesunde Substanzen, Präbiotika, Adaptogene und so weiter, was das Immunsystem stärkt, was gut ist für die Regeneration, für den Energiehaushalt und natürlich eine gesunde Darmflora. Als Fitness mit Markhörer bekommst du hier ein ganz spezielles Startangebot. Als Neukunde bekommst du zu deiner ersten Lieferung 5 Travel Packs, einen Jahresvorrat an Vitamin D mit Vitamin K2 und noch ein Willkommenspaket mit einer schicken Keramikdose und einem Shaker. Das Ganze bekommst du, wenn du auf fmmag.de gehst. FMM wie Fitness mit Mark, AG wie Athletic Greens.de, also fmmag.de. Schau einfach mal rein. Cool, dass du bis jetzt drangeblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast.marathonfitness.de. Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de-podcast. Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit dran zu bleiben ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Mark suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de-podcast und klickst auf Abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderem. Das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemandem.